Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 44. Sitzung des Innenausschusses, begrüße Sie herzlich zur heutigen Sachverständigenanhörung über das IT-Sicherheitsgesetz. Insbesondere begrüße ich die Damen und die Herren Sachverständigen. Herzlichen Dank, dass Sie uns heute mit Ihrer Erfahrung und mit Ihrer Kompetenz für die anstehenden Beratungen zur Verfügung stehen. Wir dürfen uns zunächst auch bedanken für die Stellungnahmen, die von Ihnen bereits uns in schriftlicher Form übersandt worden sind. Die schriftlichen Stellungnahmen werden genauso wie das, was Sie uns heute im Introitus vortragen, was anschließend debattiert wird mit den Kolleginnen und Kollegen, Bestandteil der Gesamtdrucksache. Wir werden von der heutigen Sitzung ein Wortprotokoll anfertigen. Das Protokoll wird Ihnen dann zur Korrektur übersandt. Die Gesamtdrucksache besteht dann aus dem Protokoll dieser Sitzung und allen schriftlichen Stellungnahmen. Und all das wird auch ins Internet eingestellt, damit jeder Zugriff nehmen kann. Normalerweise haben wir eine Verhandlungsdauer von gut zwei Stunden, aber bei der Zahl der Sachverständigen ist es auch möglich, dass wir das heute ausdehnen auf 16.30 bis maximal 17 Uhr. Muss nicht sein, geht aber. Damit wir diesen Zeitrahmen einhalten, darf ich, das mache ich jetzt seit sechs Jahren, hat jetzt nie die gewünschte Wirkung, aber man soll auch nicht aufgeben. Darf alle Sachverständigen bitten, im Eingangsstatement fünf Minuten nicht zu überschreiten. Das ist auch ein Gebot der Fairness all denjenigen gegenüber, die nach Ihnen sprechen werden. Was Sie da in die fünf Minuten nicht unterbringen können, ist kein Problem. Machen Sie es wie wir Politiker. Wenn Sie was anderes gefragt werden, sagen Sie ruhig zunächst das, was Sie in den fünf Minuten nicht mehr einpacken konnten und kommen dann, wenn möglich, zur Beantwortung der Fragen. Nach Ihrem Eingangsstatement kommt die Frage- und Diskussionsrunde mit den Abgeordneten der Fraktionen im Bundestag und im Innenausschuss. Es beginnt der Präsident des BSE, Herr Hange. Herzlich willkommen, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte Ihnen ergänzt zu meiner schriftlichen Stellungnahme die heraushagenden Punkte in Kürze vorstellen. Zunächst zur Ausgangslage. Der erst mal im Dezember 2014 veröffentlichte Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland. Die Bitkom-Studie von letzter Woche und nicht zuletzt die Snowden-Enthüllungen zeigen uns, wie verletzbar der Cyberraum ist. Ausgangspunkt hierfür sind drei Charakteristika der heutigen Informationstechnik. Es ist zum einen die technologische Durchdringung und Vernetzung. Alle physischen Systeme werden von IT erfasst und schrittweise mit dem Internet verbunden. Es ist die Komplexität. Die Komplexität der IT nimmt durch vertikale und horizontale Integration der Wertschöpfungsprozesse erheblich zu. Und es ist die Allgegenwärtigkeit. Jedes System ist praktisch zu jeder Zeit und von jedem Ort über das Internet erreichbar. Zur Gefährdungslage. Die technologische Entwicklung, die Gefährdungslage sind natürlich in einem Zusammenhang zu betrachten. Und zunächst muss man feststellen, dass das Internet als Plattform für Angreifer höchst attraktiv ist. Es besteht ein geringer Aufwand. Es gibt auch käuflich Dienste wie auch entsprechende Angriffswerkzeuge zu kaufen. Das Entdeckungsrisiko ist gering. Das liegt nicht zuletzt an der Beschaffenheit des Internettes, dass praktisch keine starke Authentisierung da ist. Die Masse der möglichen Ziele erweitert sich fortlaufend mit technologischer Durchdringung und Vernetzung. Und schließlich Cyberangriffe kennen keine Grenzen. Sie können überall erfolgen. Zum Zweiten, das möchte ich nochmal herausstellen, sind die Schwachstellen in Software systemimmanent. Das heißt, sie sind der häufigste Ausgangspunkt für die Entwicklung von Cyberangriffsmitteln, das heißt Schadprogrammen. Um Ihnen mal eine Zahl zu nennen, bei der üblichen Softwareentwicklung geht man heute von zwei bis fünf Promille Schwachstellenfehler pro Programmzeile aus. Und bei den Firmen mit richtig gutem sicherheitssensiblen Entwicklungsprozess immer noch 0,7 Promille. Somit findet man in den gängigen Betriebssystemen immerhin 40 Millionen Programmzeilen aufwärts, fast 30.000 Schwachstellen, die sich als nötige, als mögliche Schadprogramme nutzen lassen. Im breiten Spektrum von Cyberangriffen in der Bundesverwaltung sind das täglich mehr als 3500, nimmt die Bedeutung von sogenannten Advanced Persistent Threats, abgekürzt APT, enorm zu. Sie sind die hochwertigen Premiumangriffe, die erstklassig getarnt und damit schwer zu detektieren sind. Fazit, immer mehr Anwendungen in Wirtschaft, Staat und Gesellschaft nutzen Potenziale der IT und treiben die Entwicklung voran. Also inzwischen, um nur eine Zahl zu nennen, Apps, wohl vertraut, nähern sich 1,5 Millionen allein basierend auf dem Android-Betriebssystem. Neben Prävention zum Schutz vor Angriffen gewinnen auch die Fähigkeit der Detektion, weil man nicht mehr alles mit Prävention machen kann und qualifizierte Reaktionen auf Cyberangriffen an Bedeutung. Worin besteht nun der Handlungsbedarf? Mit der Technologieentwicklung rückt auch die Cybersicherheit im kritischen Bereich mehr in den Fokus. Da der Ausfall oder eine Beeinträchtigung kritischer Infrastrukturen erhebliche Auswirkungen für das Gemeinwohl haben kann, besteht Reglungsbedarf. Die bisherige freiwillige Zusammenarbeit auf Kritis, die sehr wertvoll war, um auch Methoden der Kooperation mit der Wirtschaft einzuüben, aber auch die Allianz für Cybersicherheit, die ausgerichtet ist auf die KMU, sind und bleiben wichtig, werden aber für die Bedrohungslage angesichts des Risikos bei kritischen Infrastrukturen nicht mehr gerecht. Mit der letzten BSI-Genovellierung im Jahre 2009 haben wir für die Bundesverwaltung die Meldepflicht und haben auch speziell mit dem § 5 Gefahrenabwehr für Regierungsnetze mit speziellen Sensoren eingeführt. Diese gesetzlichen Grundlagen und darauf basierende Methoden Weiterentwicklung haben sich für die Bundesverwaltung bewährt. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, um für die Sicherheit, für die kritischen Infrastrukturen sowie für Internetnutzer durch eine gesetzliche Regelung mehr zu tun. Zentrale Punkte sind die von den Branchen selbst zu erstellenden Mindeststandards, die Meldepflicht bei schwerwiegenden Sicherheitsvorfällen, erweiterte Warnpflicht des BSI sowie Verpflichtung zur Erstellung eines jährlichen Lagebildes, die Möglichkeit, dass zentrale Produkte, die in kritischen Infrastrukturen eingesetzt werden, durch das BSI geprüft werden können und nicht zuletzt die Verbesserung der IT-Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger durch Änderungen in TMG und TKG. Als Fazit möchte ich zusammenfassen. Der Gesetzentwurf weist dem BSI eine aktiv präventive Rolle im Zusammenspiel mit den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu. Der vorliegende Entwurf zum IT-Sicherheitsgesetz stellt aus meiner Sicht einen notwendigen und wichtigen Schritt für mehr Sicherheit sowohl für kritische Infrastrukturen wie auch bei Bürgern und Bürgern in Deutschland da. Vielen Dank, Herr Präsident. Das war in jeder Hinsicht vorbildlich. Sie auch für die Einladung. Meine Damen und Herren, die Verbesserung der IT-Sicherheit ist ein essentielles Problem der Informationsgesellschaft und zur Bedeutung hat Herr Hange eben schon viel mehr gesagt, als ich das im Detail tun könnte. Ich glaube, dass der Gesetzentwurf eine relevante Frage adressiert und dazu eine sinnvolle Strategie verfolgt. Dass das ein sinnvoller Ansatz ist, zeigt auch, dass wir auf europäischer Ebene im Moment ein paralleles Gesetzgebungsvorhaben haben, auf das ich gleich an einigen Stellen etwas näher eingehen möchte. Ich möchte in aller Kürze etwas zu drei Punkten sagen, nämlich zu den inhaltlichen Standards, zu den Meldepflichten und zu den Sanktionen. Ich beschränke mich dabei auf den Gesetzentwurf, möchte aber bei der Gelegenheit darauf hinweisen, dass dieser Entwurf zwar ein relevantes Problem adressiert, aber sicherlich nur ein Baustein von ganz vielen anderen sein kann, den wir im Bereich der IT-Sicherheit brauchen. Also wir können sicher in der Diskussion später auch noch über ergänzungsbedürftige Pläne und Fragestellungen sprechen. Zunächst also erstens zu den inhaltlichen Standards. Ziel ist es des Entwurfs, das Niveau der IT-Sicherheit zu verbessern. Der Entwurf adressiert das unter anderem dahin, gehend, dass der Stand der Technik, der ein wichtiger Benchmark ist für das, was dort passieren soll, zu berücksichtigen ist. Berücksichtigen, meine Damen und Herren, ist weniger als einhalten und deswegen aus meiner Sicht zu wenig. Zumindest ist unklar, wann das, was denn dort vorgegeben ist, letztlich dann wirklich erreicht wird. Denn wenn weniger als der Stand der Technik adressiert wird oder ausreichen soll, dann muss ja klar sein, was denn ausreicht. Dafür sind Branchenstandards der betroffenen Verbände sicherlich ein probates Mittel. Diese werfen aber eigene Probleme auf, die wir vielleicht gleich auch noch näher vertiefen werden. Zweite Frage, wie weist man denn nach, dass man den Stand der Technik oder gegebenenfalls weniger als den Stand der Technik einhält? Der Entwurf nennt hierzu Zertifizierungen, Audits und Prüfungen. Insbesondere der Bereich der Audits ist völlig ungeregelt hinsichtlich der Fragen, wer diese Audits durchführen soll, nach welchen Standards und Verfahren das erfolgen soll. Aus meiner Sicht ist das unzureichend. Ich glaube, wir brauchen hier eine Regelung dahingehend, was dort genau passieren soll. Insbesondere eine Pflicht, die Härte der Systeme dann eben auch durch entsprechende Angriffe tatsächlich zu prüfen und nicht nur auf Herstellererklärungen zu vertrauen. Der zweite Punkt der Meldepflichten. Zunächst zum Anwendungsbereich. Der Gesetzentwurf sieht insoweit einige Sonderregelungen für die Bereiche Telekommunikation, Energie und Atomanlagen vor. Das mag man rechtfertigen können. Wofür sich meiner Meinung nach nicht so richtig eine Rechtfertigung ergibt, sind die terminologischen Abweichungen. Also der TKG-Bereich formuliert teilweise deutlich abweichend im Bereich des Energiewirtschaftsrechts ebenfalls. Und der Rechtsanwender fragt sich dann immer, ist mit unterschiedlicher Terminologie unterschiedlicher Inhalt gemeint? Und wenn dies nicht der Fall sein sollte, denke ich, sollte man hier auch terminologisch einheitlich vorgehen. Der Bereich der hoheitlichen Anwender wird von dem Gesetz nicht adressiert. Hang hat eben darauf hingewiesen, dass wir bereits Regelungen haben dazu im BSI-Gesetz. Aus meiner Sicht ist es aber nicht so richtig einsichtig, warum diese Regelungen anders sein sollen als die, die für die kritischen Infrastrukturen in der Wirtschaft gelten. Also ich denke, wenn, dann sollten wir hier einheitliche Standards, einheitliche Prozesse haben, sowohl für die kritischen Infrastrukturen der öffentlichen Verwaltung als auch für die in der Wirtschaft. Was mir am Herzen liegt, ist der Umgang mit den Informationen, die das BSI hier einsammelt. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Erstens hinsichtlich der berechtigten Interessen der Betreiber. Denn das BSI wird hier ja eine Menge Informationen bekommen, die sensible Informationen der beteiligten Wirtschaft umfassen werden. Nun will ich dem BSI nicht unterstellen, dass sie mit diesen Informationen sorglos umgehen werden. Aber es ist doch auffällig, dass wir nur im Bereich des Energiewirtschaftsrechts eine wirkliche Pflicht haben, dass eine unbefugte Offenbarung auszuschließen ist. Wieso das nicht in allgemeiner Hinsicht dem BSI-Gesetz aufgenommen wurde, weiß ich nicht. Umgekehrt glaube ich allerdings auch, dass es BSI jetzt unter Berücksichtigung dieser Betreiberinteressen mehr tun sollte, was die Öffentlichkeitsarbeit angeht. Die Information der Betreiber ist okay. Die Information Dritter aus meiner Sicht unzureichend, weil dort nur die ablehnenden Interessen, nämlich die Interessen der wirtschaftlichen Betreiber, nicht mit den Informationen in die Öffentlichkeit gedrängt zu werden, genannt wird. Das berechtigt. Aber ich glaube, wir sollten hier zu einer Interessenabwägung kommen hinsichtlich der Interessen der Antragsteller. Außerdem haben Antragsteller das Problem, dass sie vielleicht gar nicht wissen, dass sie mal einen Antrag stellen sollten. Denn wenn sie nicht informiert werden, haben sie keinen Anlass dazu, einen solchen Antrag zu stellen. Die gegenläufigen Interessen müssen wir natürlich berücksichtigen. Wir dürfen Kriminelle nicht darauf hinweisen, wo Lücken in IT-Systemen sind. Ich glaube aber, dass das Problem sich lösen lässt, indem eben dem Schließen von Lücken Vorrang gegeben wird und man so lange nicht informiert wird, bis diese Lücken geschlossen sind. Diesen Ansatz verfolgt etwa das Datenschutzrecht derzeit ebenfalls. Die Information der Öffentlichkeit ist schließlich im Entwurf überhaupt nicht adressiert, jedenfalls nicht hinsichtlich der Informationen, die hier auf Basis der Meldepflichten eingesammelt werden. Wir haben eine allgemeine Warn- und Hinweismöglichkeit des BSI. Die bezieht sich aber gerade nicht auf diese neue Aufgabe, die jetzt hier eingeführt wird. Und das halte ich für ergänzungsbedürftig. Im Übrigen sieht auch die europäische Richtlinie, und zwar in allen Versionen, also sowohl Parlament als auch Rat als auch Kompromissantwürfe vor, dass eine Möglichkeit bestehen soll und teilweise eine Pflicht an die Öffentlichkeit zu gehen mit diesen Informationen. Dritter Punkt, fehlende Sanktionen. Der Entwurf verfolgt einen kooperativen Ansatz in Zusammenarbeit mit den Betreibern kritischer Infrastruktur, und das halte ich für gut. Aber nicht alle Betreiber sind immer kooperativ. Und deswegen glaube ich, braucht das BSI Durchsetzungsbefugnisse und Sanktionen. Auch das sieht im Übrigen auch der europäische Entwurf vor, nämlich effektive Sanktionen und erweiterte Anordnungsbefugnisse. Die europäischen Vorschläge sehen unter anderem vor, dass die Aufsichtsbehörden Anweisungen zur Durchführung von Sicherheitsaudits geben können sollen. Auch das findet sich im Entwurf derzeit nicht. Im vorliegenden Entwurf haben wir also keine allgemeinen Sanktionsmöglichkeiten, aber auch eine Ungleichbehandlung, die verfassungsrechtlich aus meiner Sicht nicht zu rechtfertigen ist. Wir haben nämlich Bußgeldtatbestände, aber nur für den Telekommunikationsbereich. Und wieso jetzt von allen kritischen Infrastrukturen, die wir jetzt hier regeln, nur der Telekommunikationsbereich einer sein soll, wo wir Bußgeldtatbestände haben, ist aus meiner Sicht nicht zu rechtfertigen. Soviel zu meinen drei Punkten. Abschließend noch der kurze Hinweis zu § 100 Absatz 1 TKG. Die Norm ist in der Diskussion teilweise als kleine Vorratsdatenspeicherung bezeichnet worden. Dazu möchte ich nichts weiter sagen, weil der Kollege Rossnagel dazu gleich noch einiges mehr sagen wird. Ich beschränke mich deswegen darauf zu sagen, dass ich insoweit mit ihm einer Meinung bin. Vielen Dank. Ja, wir danken Ihnen, Herr Professor Hornung. Nächster Sachverständiger ist vom Chaos Computer Club hier in Berlin. Herr Linus Neumann, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich bedanke mich für die Einladung. Wir wollen uns hier mit technischen Problemen auseinandersetzen und diese in einem Gesetz adressieren. Das ist eine relativ schwierige Aufgabe, denn am Ende müssen wir technische Probleme lösen und gehen da mit dem Werkzeugkasten der Juristen dran und versuchen uns, Regulationen herbeizuführen, die zu einer Erhöhung der IT-Sicherheit führen sollen. Eine Erhöhung der IT-Sicherheit ist aus meiner Perspektive auf zwei Wege möglich. Wir können einmal auf eine Härtung hinarbeiten. Das heißt, im Schadensfall wird der mögliche Schaden begrenzt. Also ich richte ein System so aus, dass es quasi den Angriff schon vorher sieht und sagt, wenn der Angreifer dann mich übernommen hat, dann hat er trotzdem nur möglichst wenig Kontrolle über mich oder meine Daten. Das sind Maßnahmen, die ich unter der Härtung zusammenfasse. Und es gibt natürlich noch die Prävention. Wir haben es gerade gehört, ungefähr fünf Zeilen oder fünf Bugs pro tausend Zeilen Code, die sicherheitsrelevant sein sollen. Die kann man finden und die kann man entfernen. Das ist eine große Arbeit, der ich seit Jahren beruflich nachgehe. Aber das ist natürlich am Ende die einzige Möglichkeit, ein Sicherheitsrisiko loszuwerden, indem man es wirklich entfernt. Und unter dieser Perspektive habe ich mir diesen Gesetzentwurf angeschaut und mir angeschaut, okay, wo gibt es denn Anreize, eine Erhöhung der technischen IT-Sicherheit tatsächlich herbeizuführen? Als erstes fällt mir auf, wenn ich mir das anschaue, dass wir hier einen sehr großen Fokus auf kritische Infrastrukturen haben. Ja, was nicht schlecht ist. Wir haben als Chaos Computer Club auch davor gewarnt, dass die kritischen Infrastrukturen in Deutschland nicht ausreichend geschützt sind. In seinem Lagebericht der IT-Sicherheit 2009 schreibt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik allerdings, bei den Betreibern der sogenannten kritischen Infrastrukturen können IT-Sicherheitsbewusstsein und Kompetenz sowohl auf Management-Ebene als auch in der Umsetzung durchweg als hoch eingeschätzt werden. Wie gesagt, wir teilen diese Auffassung nicht. In seinem Lagebericht 2014 schreibt das BSI von einmal 16 und einmal 18 Millionen Fällen von Identitätsdiebstahl. Wir erinnern sich, damit war das BSI dann auch sehr groß in den Medien, weil es sich nicht besonders gut darum gekümmert hat, die Person dann auch über ihre Probleme in Kenntnis zu setzen. Gleichzeitig sehen wir hier in diesem Gesetzesentwurf, wenn wir 16 Millionen Angriffe auf Bundesbürger haben, einen starken Fokus auf genau diese kritischen Infrastrukturen, die angeblich ja schon so gut geschützt sind. Wir würden uns dann natürlich wünschen, dass der Endnutzerschutz hier eine sehr viel größere Rolle bekommt, nämlich die, die in Anbetracht der Bedrohungslage offensichtlich auch angemessen wäre. Kleiner Scherz am Rande, in diesem Sicherheitsbericht zur Lage der IT-Sicherheit wird ein Angriff auf kritische Infrastruktur dokumentiert 2014. Da wurde Mitarbeitern einer kritischen Infrastruktur mittels eines Phishing-Angriffs das Gehaltskonto übernommen und dann Geld überwiesen. Also da waren auch wieder Bürger und Endnutzer Opfer und die kritische Infrastruktur wurde trotz des erfolgreichen Angriffs verschont. Weiterhin stört mich sehr an diesem Gesetzesentwurf, dass dort jegliche Proaktivität fehlt. Wir haben gerade schon den Begriff gehört des Standes der Technik, der eingehalten werden soll. Stand der Technik ist grundsätzlich das, was wir gerade vorfinden. Das heißt, das wird grundsätzlich per Definition schon eingehalten. Interessant ist, wenn wir sagen, wir gehen als Gesetzgeber hin und wir wollen Menschen vor dem Angriff auf die IT-Systeme schützen, dann müssen wir diese technische Sicherheit erhöhen. Das können wir nicht durch Meldepflichten machen, die grundsätzlich nur den Fall betreffen, wenn der Angriff schon erfolgt ist und im Zweifelsfall erfolgreich war. Also eine Meldepflicht hat noch keinen Hack verhindert. Wir haben dann Sicherheitskonzepte, die für die Wirtschaft und die für die kritischen Infrastrukturbetreiber vorgesehen sind, um dieser Rechtsunsicherheit des Stands der Technik zu entfliehen. Also es steht relativ klar, muss Stand der Technik genügen? Kein Mensch weiß, was Stand der Technik ist. Also müssen wir ein Sicherheitskonzept beim BSI einreichen als Betreiber kritischer Infrastruktur. Und dann sagt das BSI, jo, so ist in Ordnung, das ist Stand der Technik. Jetzt seid ihr diese Rechtsunsicherheit los. So funktioniert ja dieses Gesetz. Man kann sich ungefähr vorstellen, was jetzt los ist, wenn diese ganzen kritischen Infrastrukturbetreiber sich in ihren Verbänden treffen müssen, ihre existierenden Sicherheitskonzepte alle an einen Tisch legen müssen, die natürlich größtenteils die gleichen Sachen abdecken, aber natürlich in komplett anderer Sprache formuliert sind, anders geklustert, anders strukturiert sind. Da muss man sich dann irgendwann zusammensetzen und sagen, jetzt machen wir ein gemeinsames Sicherheitskonzept für den Telekommunikationssektor als Beispiel. Das soziale Dilemma der Menschen, die da in diesem Raum sitzen und den gemeinsamen Entwurf vorschlagen müssen, ist doch, schreiben wir jetzt einen Sicherheitsstandard, den wir alle schon erfüllen oder schreiben wir einen, den wir alle noch nicht erfüllen und der für uns alle mit unterschiedlichen Investitionen verbunden ist. Ich möchte da jetzt niemandem was unterstellen, aber wenn ich in dieser Situation wäre, gebe ich freimütig zu, ich würde zusehen, diesen Sicherheitsstandard möglichst gering zu halten, um mir meine eigenen Probleme bei deren Einhaltung auch entsprechend zu verringern. Wir haben dann den Punkt des Paragraph 100 TKG, wo eine zeitlich unbegrenzte Datenvorhaltung legitimiert wird, zum Zwecke des Erkennen, Eingrenzen und Beseitigen von Störungen. Dabei wird offenkundig außer Betracht gelassen, dass Störungen akute Phänomene sind, die ich akut behandeln muss, akut lösen muss. Und da hilft mir sicherlich nicht ein mehrere Tage oder sogar, wie der AK Vorrat dokumentiert hat, bis zu 180 Tage zurückreichender Datensatz, was ich alles für Verkehrsdaten in meinem System hatte. Das heißt, das ist einfach Unsinn. Und da wäre mindestens eine zeitliche Eingrenzung und auch eine Eingrenzung des Verwendungszwecks notwendig, aber selbst dann wäre dieser Paragraph trotzdem immer noch unsinnig. Zuletzt, ich habe das schon in einer anderen Stellungnahme angesprochen, deswegen fasse ich mich kurz. Wir haben bei dem BSI einen inhärenten Interessenkonflikt, weil es dem Bundesministerium des Inneren untergeordnet ist. Das Bundesministerium des Inneren ist nicht nur im defensiven Bereich der IT-Sicherheit tätig, sondern auch sehr aktiv im offensiven Bereich der IT-Sicherheit. Sie haben hier vor kurzem dokumentiert, dokumentiert hat es die Presse. Sie haben es besprochen. Die Wunschliste des BND, der sich also in offensiven Fragen der IT-Sicherheit ein sehr viel größeres Budget wünscht. Und wir haben vor kurzem eine Veröffentlichung gehabt, in der festgestellt wurde, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auch die Entwicklung von Staatstrojanern unterstützt. Also von Maßnahmen, die nun wirklich nicht unter IT-Sicherheit fallen, sondern im offensiven Bereich liegen. Das heißt, als eine zentrale Meldestelle für IT-Sicherheitsvorfälle ist das BSI grundsätzlich nicht geeignet, solange es diesem Interessenkonflikt unterliegt. Deswegen plädiere ich erneut für die Aufstellung des BSI als eigenständige Bundesbehörde mit eindeutigem Sicherheitsauftrag. Vielen Dank. Wir danken Ihnen, Herr Neumann. Wir begrüßen noch den Staatssekretär aus dem Bundesministerium des Innern, Herr Dr. Schröder, und kommen jetzt zur nächsten Sachverständigen vom Bundesverband der deutschen Industrie. Frau Plöger, herzlich willkommen. Bitte schön. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Herzlichen Dank für die Einladung zur heutigen Anhörung. Der BDI begleitet das IT-Sicherheitsgesetz seit Beginn an konstruktiv. Deshalb nehmen wir gerne heute zum Gesetzentwurf Stellung. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass der BDI den Maßnahmen des Gesetzes, insbesondere der Meldepflicht, in der letzten Legislaturperiode besonders kritisch gegenüberstand und weiter entsteht. Aufwand und Nutzen der Meldepflicht stehen in keinem ausgewogenen Verhältnis. Den Unternehmen entstehen durch die im Gesetz vorgesehenen Maßnahmen erhebliche finanzielle Aufwände, zum Beispiel durch die Einrichtung der Prozesse im Management-System, Systembetreuung, wiederkehrende Zertifizierung, Kosten für Technik etc. Der Nutzen ist dabei nicht einschätzbar. Die deutsche Industrie hat ein hohes Eigeninteresse, die Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit ihrer IT-Systeme nachhaltig abzusichern. Das Sicherheitsniveau in den Unternehmen wird daher stetig verbessert. Wir waren und sind der festen Überzeugung, dass eine Meldepflicht allein nicht zu dem gewünschten Ziel führt, die kritischen Infrastrukturen in Deutschland sicherer zu machen, da es ein reaktives Instrument ist. Vielmehr sind wir der Ansicht, dass bereits bestehende IT-Sicherheitsstrukturen in den Unternehmen und die freiwillige Zusammenarbeit zwischen Industrie und Behörden im Rahmen der ZERZ und den Initiativen wie der Allianz für Cyber-Sicherheit sehr gut funktionieren und weiter ausgebaut werden sollten. Unabhängig von der privatwirtschaftlichen Eigeninitiative haben wir uns mit eigenen Vorschlägen bereits 2014 eingebracht. Der BDI hat gemeinsam mit seinem Mitgliedsverbind BDLI, BDSV, Bitkom und ZVI die Studie IT-Sicherheit in Deutschland Handlungsempfehlungen für eine zielorientierte Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes bei der KPNG in Auftrag gegeben. Ziel der Studie war es, konkrete Handlungsempfehlungen für die Ausgestaltung eines IT-Sicherheitsgesetzes zu präsentieren. Ich möchte an dieser Stelle auf die aus unserer Sicht sechs wichtigsten Punkte zum Gesetzentwurf eingehen. Erstens, kritische Infrastrukturen klar definieren. Der BDI hält es für äußerst problematisch, dass zentrale Definitionen wie zum Beispiel die konkrete Definition kritischer Infrastrukturen im Gesetz nicht hinreichend bestimmt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht klar, an wen sich das Gesetz konkret richtet. Um Rechtssicherheit für die betroffenen Unternehmen zu schaffen, sollte die Definition hinreichend präzise sein und direkt im Gesetz erfolgen. Unternehmen können nicht erst bei Inkrafttreten des Gesetzes erfahren, ob sie betroffen sind. Denn die Umsetzung der Maßnahmen in den Unternehmen wird erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Auch ist der Staat der größte Betreiber kritischer Infrastrukturen und hat damit eine ebenso hohe Bedeutung für das Funktionieren des Gemeinwesens. Der BDI setzt sich daher nachdrücklich dafür ein, dass die entsprechenden Meldepflichten und Sicherheitsstandards neben dem Bund auch für den Staat gelten und vom Gesetz erfasst werden. Das Schutzgut des Gesetzes, die Funktionsfähigkeit kritischer Infrastrukturen ist kein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung von öffentlicher und privater Trägerschaft ersichtlich. Eine Gleichstellung würde die Akzeptanz für das Gesetz deutlich erhöhen. Zudem wird sich das BSI nur dann ein vollständiges Sicherheitslagebild verschaffen können, wenn öffentliche und private Betreiber kritischer Infrastrukturen gleichermaßen Sicherheitsvorfälle melden. Zweitens, Umfang und Inhalt der Meldepflichten. Der Umfang und der zeitliche Rahmen der Meldung sind im Gesetzentwurf nicht hinreichend bestimmt. Im vorliegenden Gesetzentwurf wird die Meldung von erheblichen Störungen der IT-Infrastruktur gefordert. Die Definition in Artikel 1, § 8b ist aus Sicht der deutschen Industrie nicht hinreichend und sollte weiter präzisiert werden. Für die Unternehmen ist nicht ersichtlich, in welchem Fall eine erhebliche Störung vorliegt, die gemeldet werden müsste. Zudem sollte die Weitergabe von Daten gesetzlich ausgeschlossen werden, die über die allgemeine Darstellung des Sicherheitslagegebildes hinausgehen und Rechte Dritter verletzen können. Drittens, Mindeststandards. Die vorgesehenen branchenspezifischen Mindeststandards für IT-Sicherheit sind gut und richtig, da sie der Individualität der jeweiligen Branchen Rechnung tragen. Sie sollten zudem kompatibel mit der geplanten europäischen Gesetzgebung sein. Der WDI wird sich gerne in diesen Prozess einbringen. Viertens, höchstmögliche Kompatibilität zwischen IT-Sicherheitsgesetz und NIS-Richtlinie. Die Regelungen des IT-Sicherheitsgesetzes müssen zwingend mit der EU-Cyber-Sicherheitsrichtlinie abgestimmt werden und kompatibel sein. Wir sehen mit großer Sorge, dass das IT-Sicherheitsgesetz und die NIS-Richtlinie derzeit nicht im Einklang stehen, insbesondere beim Anwendungsbereich und der Sanktionen. Sollte es dabei bleiben, wären unterschiedliche nationale und europäische Vorgaben die Folge. Ein Worst-Case-Szenario für unser Unternehmen. Wir appellieren deshalb an die Bundesregierung, unterschiedliche Vorgaben unter allen Umständen zu vermeiden. Fünftens, keine Doppelregulierung. Betreiber, kritische Infrastrukturen sind bereits über bestehende Rechtsvorschriften reguliert. Zu nennen sind das Telekommunikationsgesetz, das Energiewirtschaftsgesetz oder das Bundesdatenschutzgesetz. Hier darf es nicht zu Doppelregulierung bzw. Doppelzuständigkeiten kommen. Sechstens, Chancen des IT-Sicherheitsgesetzes nutzen und die Zusammenarbeit zwischen Industrie und BSI ausbauen. Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Staat darf keine Einbahnstraße sein. Informationen dürfen nicht nur im Sinne einer Meldepflicht von Unternehmen an die Behörden fließen und damit den Bürokratieaufwand der Unternehmen erhöhen. Vielmehr müssen Informationen über Bedrohungen zeitnah, aktuell und praxisorientiert vom BSI an die Unternehmen zurückgegeben werden. Die bisherigen Lageberichte zum Beispiel im Rahmen der Allianz für Cybersicherheit sollten anwendungsorientierter und tagesaktuell sein. Bestehende und erfolgreiche Initiativen wie die Allianz für Cybersicherheit sind weiter zu stärken. Inzwischen hat die Allianz mehr als 1.000 Teilnehmer, darunter sind viele DAX-Unternehmen, aber auch kleine und mittlere Unternehmen. Der BDE unterstützt die Arbeit der Allianz seit Beginn an sehr aktiv. Wir freuen uns in den kommenden Wochen gemeinsam mit dem Bundestag und dem Bundesrat, den zuständigen Bundesministerien und den Sicherheitsbehörden weiter an der Ausgestaltung des IT-Sicherheitsgesetzes zu arbeiten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Plöger. Nächster Satz, Frau Stierneger von der Universität in Kassel. Herr Professor Dr. Rossnagel, Sie haben das Wort. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier sprechen zu können. Ich möchte nur fünf Themen ansprechen. Den Rest wird dann wohl, der wird dann wohl Gegenstand der Diskussion sein, hoffentlich. Erstens, der Gesetzentwurf ist grundsätzlich zu begrüßen. Er verfolgt die Ziele, die Informationstechnik in kritischen Infrastrukturen sicherer zu machen, sowie den Schutz von Unternehmen und Bürger und Bürgerinnen im Internet zu verstärken. Auch wenn der Name IT-Sicherheitsgesetz mehr verspricht, als seine Regelungen verfolgen, sind diese Ziele zu unterstützen. Die dafür vorgesehenen Maßnahmen sind grundsätzlich geeignet. Auch erscheinen mir die damit verbundenen Grundrechtseingriffe bei den betroffenen Unternehmen grundsätzlich erforderlich und verhältnismäßig. Zweitens, die Definition kritischer Infrastrukturen im § 2 des neuen BSI-Gesetzes erscheint mir zusammen mit der Verordnungsermächtigung in § 10 auch mit Blick auf Artikel 80 Grundgesetz ausreichend. Um die notwendige Rechtssicherheit zu erreichen, wird es notwendig sein, die betroffenen Einrichtungen, Anlagen und Teile in kritischen Infrastrukturen so detailliert zu beschreiben, wie dies etwa für emissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen in der 4. Bundesemissionsschutzverordnung der Fall ist. Das heißt, über 20 oder 30 Seiten hinweg detaillierte Merkmale für die erfassten Anlagen. Dieser Detaillierungsgrad ist für eine gesetzliche Definition ungeeignet, sachlich aber geboten. Die in § 4 Bundesemissionsschutzgesetz enthaltene Ermächtigungsgrundlage für diese Verordnung ist erheblich weniger präziser als die in dem Entwurf vorfindliche Regelung und dennoch mit Artikel 80 Grundgesetz vereinbar. Drittens, die in § 8a vorgesehenen angemessenen organisatorischen und technischen Sicherheitsvorkehrungen sind erforderlich, um ein gleichmäßiges Mindestniveau an IT-Sicherheiten allen kritischen Infrastrukturen zu erreichen. Um dem enormen Schadenspotenzial zu entsprechen und ein tatsächlich nachprüfbares Mindestniveau zu erreichen, sollte der Stand der Technik nicht nur berücksichtigt, sondern eingehalten werden. Dies schließt alternative Vorkehrungen auf gleichem Niveau nicht aus. Sofern branchenspezifische Standards dieses Niveau erreichen, sind sie als problemadäquate und branchengerechte Vorgaben zu begrüßen. Ohne Anforderungen an die Hersteller von Soft- und Hardware stoßen die Betreiber kritischer Infrastrukturen sehr schnell an faktische Grenzen, weil sie die von ihnen eingesetzte Technik nicht selbst verbessern können. Die materiellen Anforderungen an die Sicherheitstechnik sind wirkungslos, wenn ihre Erfüllung nicht in regelmäßigen Abständen nachgewiesen werden müssen. Die Nachweise sind jedoch aus Gründen der Rechtssicherheit präziser zu bestimmen. Die Sicherheitspflichten des § 8a sollten nicht generell ausgeschlossen sein, wenn andere Rechtsvorschriften gelten, die weitergehend oder vergleichbar sind. Vielmehr sollten die Ausnahmen nur insoweit gelten, als andere Regelungen weitergehend und vergleichbar sind. Viertens, das durch den Entwurf verfolgte kooperative IT-Sicherheitsinformationssystem ist zu begrüßen. Das gleiche gilt für die Zweistufung in anonym zu meldende Vorfälle im Vorfeld einer Beeinträchtigung und identifizierend zu meldende Vorfälle bei Beeinträchtigungen. Wann eine Meldepflicht der betroffenen Unternehmen insbesondere im Vorfeld besteht, sollte jedoch präziser geregelt werden. Hinsichtlich der Ausnahmen ergeben sich die gleichen Schwierigkeiten wie bei den Sicherheitspflichten, wenn es um andere Rechtsvorschriften geht, die vergleichbar oder weitergehend sind. Auch hier würde eine Flexibilisierung durch eine Soweitregelung den Vollzug erleichtern, insbesondere weil die Regelungen des § 8b und die anderen Regelungen kombinierbar sind. Warum soll in diesem Fall zum Beispiel die Zweistufung in anonyme und identifizierende Meldungen und die Möglichkeit gemeinsamer übergeordneter Ansprechstellen nicht gelten? Verbessert werden muss die Information der Öffentlichkeit oder einzelner Nutzer über Sicherheitslücken oder Sicherheitsmaßnahmen. Vor dem Hintergrund der Schutzpflicht des Staates muss die Information, die Regel und deren Verweigerung aus übergeordneten Interessen die Ausnahme sein. Also keine Abwägung, ob ausnahmsweise informiert wird, sondern umgekehrt eine Abwägung, ob die Information ausnahmsweise unterlassen wird. Dabei kann oft der Konflikt schon durch die Art und Weise, wie das BSI informiert, gelöst werden. Schließlich ist festzuhalten, dass die Pflichten der Betreiber kritischer Infrastrukturen in § 8a und 8b sanktionsbewährt sein müssen, wenn eine Möglichkeit bestehen soll, die Sicherheitspflichten der Betreiber und den kooperativen Ansatz eines Informationssystems auch durchzusetzen. Fünftens, abschließend will ich kurz auf § 100 TKG eingehen. Der Gesetzentwurf erweitert zwar nur den Begriff der Störung und übernimmt damit die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Damit bleibt aber eine Regelung unkorrigiert, die nach der Rechtsprechung sowohl des EuGH als auch des Bundesverfassungsgerichts viel zu unbestimmt ist. Die Vorschrift erlaubt anlasslos und flächendeckend die Speicherung von Verkehrsdaten ohne Beschränkung auf das absolut Notwendige, was der EuGH fordert, ohne zu dokumentierten Eingriffsanlass, ohne Schutzvorkehrungen gegen Missbrauch, ohne Zweckbegrenzungen der Verwendung, ohne Begrenzung der Speicherzeit und ohne Ausnahmen etwa für Berufsgeheimnisträger. Diese Regelung muss entsprechend der jüngsten Rechtsprechung dieser beiden obersten Gerichte eingeschränkt werden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir danken Ihnen. Jetzt aber, es ist soweit. Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Wir machen es alphabetisch. Zuerst Schiller, dann S&T. Genau. Herr Professor Schiller. Gut. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich einfach mal vor, Sie kaufen sich den smarten Backofen, der selbstverständlich neue Backprogramme aus dem Internet laden kann, wie dies heute auch schon entsprechend für viele Geräte möglich ist. Die Steuerung des Backofens übernimmt ein eingebetteter Webserver, über den auch per Smartphone-App der Zustand abgefragter Ofen gesteuert werden kann. Wie auch immer wird nun Schadsoftware auf den Webserver geschleust, welche die automatische Temperaturabschaltung manipuliert und so nicht nur ihren Kuchen, sondern vielleicht auch gleich die ganze Wohnung verkohlt. Der Brandschaden ist da, nur wer ist schuld, wer haftet. Ist der Backofenhersteller, welcher keine geeignete Firewall im Backofen hatte, nicht die aktuellsten Sicherheitsupdates, automatisch installiert hat? Ist der Nutzer, der Hersteller des Handys, der ermöglicht hat, dass Schadsoftware auf dem Handy die Steuerungs-App manipuliert? Ist es letztendlich ein schwer greifbarer Hacker, der entsprechende Software auf das Handy installiert hat, die es aber nur konnte, weil der Betriebssystemhersteller des Handys Lücken zu einem Betriebssystem hat? Oder war das alles nur ein Zufall, ausgelöst durch das Zusammentreffen ungünstiger Parameter? Mir ist vollkommen bewusst, dass ein Backofen keine kritische Infrastruktur im Sinne des geplanten Gesetzes ist. Leider sieht aber die Situation im industriellen Umfeld nicht wirklich anders aus, ist nur deutlich komplexer in der Erklärung. Auch hier können Motoren bewusst überlastet, Absicherung ausgehebelt oder Ventil übersteuert werden. Auch hier steuern immer mehr eingebettete Computer mit Web-Servern vielfältige Systeme. Natürlich weisen diese Systeme eine deutlich höhere Komplexität als mein Backofen auf. Umso unglaublicher ist es, wenn man hört, dass diese Systeme teilweise kaum abgesichert sind, auf Kundenwunsch sogar auf Passwörter fest eingestellt oder gleich ganz weggelassen werden. Haben wir wirklich das richtige Sicherheitsbewusstsein? Viele Lücken sind seit Jahrzehnten bekannt und werden auch ausgenutzt. Nun auch auf sogenannten eingebetteten Systemen, die man nicht ausschalten kann, die nicht einfach aktualisiert werden können, aber keiner unternimmt etwas Wirkungsvolles. Es ist also dringend ein grundlegender Bewusstseinswandel nötig, vom Produzenten bis zum Verbraucher quer durch alle Industriebranchen. Sicherheit ist immer ein dynamischer Prozess. Man ist hier nie fertig. Klar ist aber, dass es bereits einen etablierten Stand der Technik gibt, der dann auch einzuhalten ist. Hier darf man sich nicht weiter in endlosen Debatten und Analysen verlieren. In vielen Reden wird immer wieder betont, wie immer mehr alles mit allem vernetzt wird. Aus diesem Grund müssen aber auch Sicherheitsprozesse branchenübergreifend vernetzt gedacht werden. Ebenso machen Fehler und Angriffe keinen Halt vor gesetzlich vorgesehenen Grenzen, Föderalismus, Länder oder Kommunen. So wie technische Systeme immer mehr vernetzt sind, müssen dies auch die organisatorischen Fragestellungen auf allen Ebenen Verwaltungssektoren sein. Letztendlich müssen alle eingeschlossen werden, auch Bürgerinnen und Bürger, um wirksam zu sein. Es ist sicherlich nur notwendig, um überhaupt voranzukommen, dass KMUs in einem ersten Schritt ausgeklammert werden. Betrachtet man aber, dass über drei Viertel aller Angriffe KMUs betreffen, diese sicherheitstechnisch noch schlechter aufgestellt sind und in ihrer Gesamtheit durchaus auch kritische Infrastrukturen darstellen bzw. beeinflussen können, so ist in einem weiteren Schritt sicherlich der Wirkungsbereich eines IT-Sicherheitsgesetzes auch in diese Richtung zu überdenken. Leider finden sich heute im TKG und TMG sowie auch im Entwurf des IT-Sicherheitsgesetzes noch sehr viel der klassischen alten Denkweise. Denken Sie aber an das einfache Beispiel des Backofens mit integriertem Webserver, gerne auch an Industriesteuerungsanlagen. Zahllose sogenannte Webdienste bieten Möglichkeiten der Manipulation und sind schwachstellend für Softwarefehler. Hier sind TMG und TKG absolut nicht konsistent bezüglich der Möglichkeiten, Angreifer zu erkennen und die dafür notwendigen Daten zu sammeln. Aus technischer Sicht ist diese Ungleichstellung absolut nicht sinnvoll. Angriffe in IT-Systemen können auf lange Sicht vorbereitet werden, auch schlechte Systemkonfigurationen schlummern jahrelang. Systeme können also lange problemlos funktionieren, bis ein Befehl zum Angriff kommt oder sich etwas an der Umgebung ändert. Ein deutscher Automobilhersteller hat es erfahren dürfen. Man muss reagieren können, bevor etwas passiert. Das für ein Lagebild notwendiges Sammeln von Daten auch im Vorfeld eines Ereignisses umfasst aber nicht notwendigerweise alles in jeglichem Detailgrad. So sind oft mehrstufige Verfahren sinnvoll, angemessen und auch wirtschaftlich vertretbar. Beispiele sind Anomalieerkennung, Statistiken oder Arbeiten auf aggregierten Daten. Die einzelne Person ist hier meist überhaupt nicht von Interesse. Insgesamt lässt sich einfach feststellen, dass die gelebte IT-Sicherheit heute deutlich hinter dem Stand der Technik zurückbleibt. Das IT-Sicherheitsgesetz ist dafür ein notwendiger, wichtiger erster Schritt, der einen Startschuss zur Bewusstseinsänderung darstellen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir danken Ihnen von der Deutschen Telekom. Jetzt aber, Herr Tschersich. Jetzt aber im dritten Anlauf. Regen Sie los. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, verehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages. Zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung zur heutigen Anhörung. Aus meiner Perspektive und aus der praktischen Erfahrung muss ich sagen, ist das Gesetz ein absolut notwendiger Schritt in die richtige Richtung. Sicherlich gibt es viel Diskussionsbedarf, wie auch meine Vorredner ja schon zum Ausdruck gebracht haben, in Detailfragen. Aber ich glaube, es geht am Ende um nicht weniger als unsere Zukunftsfähigkeit in der digitalen Welt hier. Und wir haben es momentan mit einer sehr massiven Vertrauenskrise im Internet zu tun. Und wir hätten hier eine einmalige historische Chance, auch einen Standortfaktor mit einer eben sicheren Dienstleistungsumgebung zu generieren. Und da ist es sicherlich ein guter und wichtiger Schritt, zunächst mit den kritischen Infrastrukturen anzufangen. Aber man darf sich ja auch nicht aus den Augen verlieren, dass weitere Schritte noch erforderlich sind, dass nämlich letzten Endes alle Teilnehmer und gesellschaftlichen Gruppen an der digitalen Welt hier mit einzubeziehen sind. Allen voran, und das möchte ich an einem Beispiel mal verdeutlichen, fehlt mir in diesem Gesetzesentwurf die Einbeziehung der Hard- und Softwarehersteller. Wenn Sie heute als Betreiber einer großen Infrastruktur verschalten, Sie ja viele, viele Komponenten miteinander, die bestehen eben alle überwiegend aus Software oder die Kernfunktion in diesen Komponenten. Und Angreifer sind nun mal deswegen erfolgreich, das haben wir vorhin schon von Herrn Neumann, aber auch vom Herrn Hange gehört, weil eben Schwachstellen in der Software ausgenutzt werden können. Jetzt einem Betreiber zu sagen, du musst jetzt handeln, du musst diese Schwachstellen ausmerzen, ist sicherlich in erster Linie gut gedacht, aber in zweiter noch nicht zu Ende gedacht. Denn ein Betreiber einer Infrastruktur alleine ist ja überhaupt nicht in der Lage, einen Software-Update beispielsweise zu generieren. Dafür bedarf es der Mitwirkung der Hersteller, die hier zumindest mal unterstützen und die entsprechenden Updates zur Verfügung stellen. Viele, viele tun das, tun das seit Jahren etabliert, die sogenannten CERT, Computer Emergency Response Teams. Vieler großer Unternehmen arbeiten hier sehr, sehr intensiv zusammen. Ich kann Ihnen sagen, wir haben ca. 400 Schwachstellenmeldungen, die wir über diesen Kanal allein in unserem Unternehmen reinbekommen von Herstellern, von Standardsoftware-Komponenten. Das fängt an bei Betriebssystemen und geht bis hin zu Netzwerkkomponenten. Sicherlich nicht jede davon ist kritisch, aber das ist schon eine schier unglaubliche Zahl von 400 Schwachstellenmeldungen, wo eben entsprechende Reaktionsnotwendigkeiten dann auch dahinterstehen. Dass das ausgenutzt wird, sehen Sie an einem Beispiel, wir betreiben ca. 180 Sensoren, sogenannte Honeypots, die sind im Netz verteilt weltweit und ziehen Angriffe auf sich, also verwundbare Computer. Und sie werden tatsächlich angegriffen, bis zu eine Million Angriffe pro Tag, die wir gegen diese Sensoren sehen. Das zeigt, dass wir von einem reellen Problem reden und dass das nicht nur theoretisch ist. Ja, ich würde so weit gehen, dass 95 Prozent sämtliche Angriffe wirkungslos wären, wenn alle IT-Systeme auf dem aktuell letzten Softwarestand wären. Und das zeigt eigentlich, was wir hier für eine Herausforderung zu schultern haben. Ich glaube aber, und da weiche ich von meinen Vorrednern zum Teil ab, dass eine Meldepflicht hier an dieser Stelle wirklich zielführend und sinnvoll ist. Wir haben es jetzt seit Jahren versucht, es ohne eine Verpflichtung hinzubekommen. Das hat auch in Teilen funktioniert, aber eben leider nur in Teilen. Und wenn ich weiß, wie man bei meinem Nachbarn in die Wohnung eingebrochen ist, dann kann ich mich selber besser schützen, alleine durch die Tatsache, dass ich weiß, wo der Schwachpunkt war, wie ich zum Beispiel meine Fenster besser verstärken kann. Gleiches muss eigentlich auch für die digitale Welt gelten. Also hier brauchen wir ein Warnmeldungsregime, sage ich mal, wo wir gegenseitig dazu kommen, zu sagen, bei mir ist der Angriff über die folgende Art und Weise passiert. Und so kannst du dich dagegen schützen, damit eben nicht alle anderen auch noch mal zu Betroffenen und zu Opfern werden. An dieser Stelle, glaube ich, ist so eine Meldepflicht dann sinnvoll. Im Detail gibt es natürlich noch ein paar Fragestellungen, die man dafür ausgestalten muss. Beispielsweise alleine eine Meldeverpflichtung für potenzielle Möglichkeiten einer Verwundbarkeit. Das wird meines Erachtens nach schier ins Uferlose dann enden. Ich glaube, da müssen wir die Schwelle sehr, sehr genau austarieren, damit wir am Ende auch eine beherrschbare Meldung bekommen. Und vor allem, dass wir auch relevante Meldungen bekommen, die dann auch vom BSI genutzt werden können, um Warnhinweise daraus zu generieren, von denen ein praktischer Nutzen für die Betreiber dann eben von entsprechenden Komponenten auch ausgeht. Denn das ist ja das vorrangige Ziel. Lassen Sie mich zum Schluss noch einen Punkt ansprechen, was das Speichern von Daten in Telediensten angeht. Ich glaube, auch hier müssen wir sicherlich über eine Erforderlichkeit mal diskutieren. Aber ich würde es nicht einfach per se vom Tisch wischen wollen in einer Perspektive. Es ist hier die kleine Vorratsdatenspeicherung. Wenn ich heute einen Webserver betreibe als kleines Unternehmen, dann habe ich üblicherweise auf diesem Server eine Logdatei, aus der ich sehen kann, was passiert mit der Maschine, wird sie angegriffen oder nicht. Wenn ich diese Möglichkeiten nicht habe, bin ich schlicht und ergreifend völlig schutzlos und kann mich in keinster Art und Weise verteidigen, ja nicht mal erkennen, dass mein System überhaupt angegriffen wird. Ich glaube, hierfür bedarf es wirklich einer vernünftigen Regelung, einer Definition, dass wir auch das aus dem ungeregelten bis hin sogar illegalen Rahmen rausholen und hier wirklich klare Vorgaben haben, was kann und darf gespeichert werden. Aber dass ich Informationen brauche, dass ich technische Logdaten brauche, um Angriffe erkennen zu können und mich auch dagegen verteidigen zu können, steht, glaube ich, völlig außer Frage. Und ich würde mir wünschen, dass wir hier eine entsprechende Regelung bekommen, die dann eben nicht nur auf die Infrastrukturbetreiber zielt, sondern die auch Diensteanbieter in die Lage versetzt, ein entsprechendes Schutzniveau aufrechtzuerhalten. Vielen Dank. Wir danken Ihnen, Herr Czersig. Letzter in der Runde der Sachverständigen vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Herr Dr. Wehling. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren Abgeordnete, auch von meiner Seite, vielen Dank für die Einladung. Von unserer Seite, wir begrüßen die Initiative für das IT-Sicherheitsgesetz. Wir denken, dass es der richtige Zeitpunkt mit der richtigen Dosierung ist, um hier den nächsten Schritt zur Härtung der Sicherheitskultur in IT-Fragen in Deutschland zu gehen. Aus unserer Sicht gibt es drei essentielle Kernpunkte, die hierbei zu betrachten sind. Das eine ist die weitestgehend anonymisierte Meldung, um hier den ersten Schritt hin zu einer Meldekultur zu gehen. Zweitens ein konsequentes Fortschreiten des bisher gegangenen Weges, des kooperativen Ansatzes. Und als drittes den Branchenansatz. Um Ihnen einen kleinen Hintergrund zu geben, wir befassen uns sehr intensiv auf Seiten des GDV mit dem Thema IT-Sicherheit. Dieses bereits seit etlichen Jahren, haben bereits 2010, haben wir einen Single Point of Contact, eine Meldeplattform etabliert zwischen der Branche und dem BSE und sehen eigentlich vor, dass wir diesen Single Point of Contact, das Lage- und Krisenreaktionszentrum der deutschen Versicherungswirtschaft für IT-Fragen, eigentlich dann auch zur gemeinsamen übergeordneten Anspruchstelle im Sinne des IT-Sicherheitsgesetzes dann konsequent ausbauen sollten. Wir haben weitere Schritte ergriffen, insbesondere ein weitreichendes Netzwerk von IT-Sicherheitsexperten aufgebaut, einen Lehrgang für die besonderen Vorkommnisse innerhalb der Versicherungswirtschaft in IT-Fragen aufgebaut und letztlich vor 14 Tagen dann eine Zertifizierung unserer Branchen-Cloud sowohl mittlerweile nach ISO-Standards national als auch nach Kermin-Kriterien aufbauen können. Wir denken daher, dass dieser Branchenansatz, der hier in dem Gesetz maßgeblich verankert ist, eigentlich das Tool ist, um hier sehr spezifisch die IT-Sicherheit dann weiter voranzubringen, dass es aber auch der nötige Hebel ist, um hier entsprechende Bürokratie, die sonst entstehen könnte, zu vermeiden. Wir gehen davon aus, dass die Branchen, die hier als kritische Infrastrukturen identifiziert wurden, dass diese eben sich sehr stark auch unterscheiden von den Anforderungen an IT-Sicherheit, die an sie zu stellen sind. Drei Aspekte möchte ich des Weiteren hervorheben. Das eine ist, dass wir glauben, dass um diese Meldekultur in Deutschland zu etablieren, wir von weiteren Spezialgesetzen absehen sollten, mit denen weitere Meldepflichten dann an andere Bundesoberbehörden etabliert werden. Wir gehen davon aus, dass wir einen deutlichen Schritt nach vorne gehen können, wenn beim BSI es ein zentrales Lagebild gibt, dass dieses Lagebild dann auch an andere Bundesoberbehörden, wie beispielsweise die BaFin dann übermittelt wird, vielleicht auch mit speziellen Lagebildern zum Thema Versicherung oder Finanzwirtschaft, dass wir dadurch aber keinen Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Meldewegen bekommen werden, dass dieses ein notwendiger Schritt sein wird, um insbesondere dann auch eine Meldekultur, wie sie erforderlich ist, um das zu erreichen, was mein Vorgänger beschrieben hat, dort dann auch hinzubekommen. Das, was wir sehen, ist, dass der kooperative Ansatz, wie er in weiten Teilen im Gesetz angelegt ist, dass dieser noch weiter konsequent ausgebaut werden sollte. Dieses betrifft insbesondere die Frage, welche Unternehmen unterfallen gerade dann auch in den einzelnen Branchen der Definition der kritischen Infrastruktur. Geht dieses wirklich runter bis zu meinem kleinsten Mitglied mit zwölf Mitarbeitern? Wo ist dort die Grenze zu ziehen? Hier sollten wir so schnell wie möglich in der weiteren Diskussion Sicherheit und Klarheit schaffen. Und das Zweite ist, dass der kooperative Ansatz, so wie wir ihn im Gesetz angelegt haben, auch dann auf den Paragraphen 8a noch stärker ausgeweitet werden sollte, dass hier insbesondere die Frage der Definition der Sicherheitsauditsprüfung und Zertifizierung, dass hier auch Branchenlösungen dann möglich sein sollten, dass auch dann in Bezug auf die Meldung hier sicher ist, ausreichend ist, wenn erhebliche Sicherheitsmängel, die im Rahmen dieser Audits festgestellt werden, dass diese dann gemeldet werden, dass hierüber dann eine Sicherstellung des kooperativen Ansatzes erfolgen kann. Zusammenfassend aus unserer Sicht, der Gesetzentwurf geht in die richtige Richtung. Wir sehen kleinere Anpassungen für erforderlich. Nichtstun oder Abwarten erscheint uns allerdings vor dem Hintergrund der aktuellen Gefährdungslage dann ebenfalls auch keine Alternative. Vielen Dank. Wir danken Ihnen, Herr Dr. Willing. Wir kommen zur Fragerunde, zur Diskussionsrunde. Der Kollege Clemens Binninger war vorgesehen als Berichterstatter der Unionsfraktion. Da lässt sich allerdings entschuldigen, weil er heute als Sachverständiger Zeuge, ich glaube, in Sachen NSU in Hessen unterwegs ist. Deswegen hat jetzt das Wort der Kollege Wendt. Vielen Dank an die Sachverständigen für Ihre auch umfangreichen schriftlichen Stellungnahmen und dass Sie uns die Möglichkeit geben, nachzufragen. Ich würde ein paar Fragen hintereinander stellen. Sie haben 27 Minuten Zeitkontingent. Und bitte dazu sagen, an wen Sie diese Fragen adressieren. Aber nur noch mal zum Verfahren. 27 Minuten, klassische Berliner Runde. Nein, nein, nein. Kurze, knackige Frage. Am besten eine, die man beantworten kann an die Sachverständigen Ihrer Wahl. Oder machen wir weiter? Gut. Ich komme zuerst an die Sachverständigen Czersig und Herrn Wehling. Es geht um die Definition von kritischer Infrastruktur. Ob sich nach Ihrer Einschätzung ein konkreter Wert festlegen ließe, anhand dessen sozusagen sich eine Definition für kritische Infrastruktur festlegen lassen würde, also quantitative Zahlen als Beispiel. Oder lässt überhaupt dieser spezielle Bereich eine Abstraktion auf Zahlen oder ähnlich konkretere Definitionen zu? Welche Bereiche, welche Sektoren sollten unter anderem auch unter kritische Infrastrukturen fallen? Ist zum Beispiel die Nahrungsmittelproduktion, vielleicht mal ein Beispiel zu bringen, auch davon betroffen. Und inwieweit ist davon auszugehen, dass die Definition unserer Kritis europaweit tragfähig sein wird, in Bezug zum Beispiel auf die aktuellen laufenden Verhandlungen zur NIS-Richtlinie? Das vielleicht zum Thema Kritis. An wen war die letzte Frage? Herrn Czersig und Herrn Wehling. Wehling. Okay. Wehling. Das war's. Ja, ich hatte noch mehr, aber wollen wir erst mal den Komplex machen? Ja, immer weiter. Hoch dich, hoch dich. Gut. Dann haben wir zum Problem der Wesentlichkeit und der Bestimmtheit des Gesetzentwurfes an Frau Plöger und Herrn Prof. Dr. Horning, ob der Gesetzentwurf Ihrer Meinung nach eine ausreichende Bestimmtheit aufweist im Hinblick auf die Eingriffe in die Grundrechte der Betreiber von kritischer Infrastruktur und wie ließe sich die Definition von Kritis derart im Gesetzentwurf treffen, dass dies sichergestellt ist und im Hinblick auf die Mitwirkung von Verbänden, Wissenschaft und Unternehmen bei der Erstellung der Rechtsverordnung, ob Ihrer Meinung nach sichergestellt ist, dass eine Lösung im Sinne beider Seiten gefunden werden kann, schrägstrich kooperativer Ansatz. Das ist ja die Frage auch, inwieweit sozusagen auch dann das BMI bei der Erstellung der Rechtsverordnung wirklich auf die Verbände, die Wissenschaft und die Unternehmen ja auch eingehen muss bei der Erstellung der Rechtsverordnung. Die dritte Frage geht an, der dritte Themenbereich betrifft die Meldepflichten an das BSI, Herr Präsident Hange, wie schätzen Sie die Menge der zu meldenden Vorfälle ein? Wie müssten von Seiten des BSI das Meldeaufkommen, also wie müsste da reagiert werden, organisatorisch zum Beispiel, vielleicht können Sie das auch uns mal praktisch ein bisschen erläutern, wie Sie das vielleicht schon simuliert haben oder angedacht haben von der Konzeption her, wie mit diesen Meldefällen umgegangen wird, ob es da vielleicht ein spezielles Krisenzentrum gibt oder ähnliches, das kann man ja nicht warten, wenn am Wochenende was passiert, bis Montag früh um acht oder sachbar oder auf Arbeit ist. Und inwieweit wird sich der Mehraufwand durch Meldeaufpflichten und der Minderaufwand durch verbesserten Schutz vor Angriffen, wir gehen auch davon aus, vielleicht die Zahl der Angriffe dann weniger wird, weil wir klare, große Schutzschulden aufbauen, wie wird sich das im Endeffekt ausgleichen? Das als die drei Fragenkomplexe an die Sachverständigen. Danke. Herr Cersich. Ja, zur Frage der Definition und kann man das möglicherweise an wirtschaftlichen Kennzahlen irgendwo festmachen, ist, glaube ich, unheimlich schwierig, weil Sie haben im Zweifelsfall ganz kleine Unternehmen, die nur eine Schraube zu so einer Gesamtkette beitragen. Wenn aber diese eine Schraube fehlt, funktioniert die Gesamtkette nicht mehr. Also insofern, ich tue mich da sehr, sehr schwer, so einen konkreten Anwendungsbereich, wie wir es aus dem TKG kennen, bei sonstigen Sicherheitsauflagen, wenn so und so viele Teilnehmer dahinter sind, sondern ich würde eher von einer Grundversorgungsthese ausgehen, zu sagen, also alles das, was unter die Grundversorgung fällt, und das können im Zweifelsfall auch ganz kleine Unternehmen dann sein, das können aber auch sehr große Infrastrukturbetreiber sein, muss eigentlich unter diesen Anwendungszweck dann oder Anwendungsbereich des TKG fallen. Das schließt natürlich auch dann eben eine Grundversorgung mit Nahrungsmitteln der Bevölkerung aus. Wenn also auf der Lebensmittelhandel über Wochen und Monate aufgrund von IT-Problemen nicht funktionieren würde, wäre das sicherlich auch ein Thema. Aber ich glaube, auch hier ist genau dieser branchenspezifische Ansatz genau der sachdienliche. Denn genauso wenig, wie ich weiß, wie der Lebensmittelhandel im Detail funktioniert, weiß der Lebensmittelhandel, wie die Telekommunikation im Detail funktioniert. Und deswegen halte ich es für sehr, sehr zielführend, dass man eben diesen kooperativen, branchenspezifischen Ansatz auch zumindest mal fährt und darüber dann am Ende ein Korrektiv setzt, was ja nach dem Entwurf auch geplant ist durch das BSI, was dann quasi das Korrektiv dann bildet, auch für den Fall, dass dann eine Branche sagt, ich möchte mich vermutlich oder am liebsten da raushalten und gar keine Standards machen, damit ich, wie Herr Neumann das so dargestellt hat, damit ich nichts investieren muss. Da haben wir natürlich ein Korrektiv am Ende des Tages. Und ich glaube, das wird auch entscheidend sein, dass es so ein Korrektiv dann gibt. Herr Dr. Wehling. Vielen Dank für die Frage. Wie mein Vorredner tue auch ich mich mit einem konkreten Wert recht schwer. Ich kann mal vielleicht mal versuchen, so ein paar Relationen zu bilden. Wir haben in Deutschland, haben wir unter Bundesaufsicht, glaube ich, 1200 Versicherungsunternehmen, da sind nun alle kleinen Sterbekassen mit dabei, Mitglied im GdV und wir decken über 95 Prozent Beitragseinnahmen ab, sind nur 430 Unternehmen. Das bedeutet, da wird man schon irgendwo dann ein Gap ziehen können. Man sieht auch weiterhin, dass auch von diesen 430 Unternehmen vielleicht nicht alle zwingend mit erfasst werden müssen. Ich glaube, hier muss man wirklich branchenspezifisch sich das angucken. Wir haben bei uns im Rahmen des UP-Kritis uns immer bei den Übungen sehr genau die Response-Zeiten angesehen und haben so ein bisschen für uns selber angesehen, sind die Response-Zeiten eigentlich für die Größe und für die Dimension des Unternehmens adäquat. Und ich glaube, hier kann man nicht alle in einen Topf reinwerfen und genauso sollte man das hier auch nicht tun. Aber ich glaube, wenn man die konkreten Branchenlisten hat, dann wird man, ich sage mal, ein Gefühl entwickeln können, wer mit dazu sollte und wer nicht. Und ich kann Ihnen sagen, in der Community, die sich bei uns herausgebildet hat, hat man da eigentlich auch untereinander irgendwann das Gefühl, dass man doch noch mitmachen muss und dass man mitmachen möchte und dass es eben gerade kein Selbstzweck ist. Ich glaube, dieses würde sich entsprechend entwickeln. Bei der Frage, ob wir im Rahmen des IT-Sicherheitsgesetzes alle EU-Branchen richtig abbilden, ist die Antwort fast genauso schwer. Sie wissen, dass nach dem EU-Katalog die Versicherungswirtschaft zumindest in der aktuellen Diskussion nicht mit dabei ist. Hier wären wir mit drin. Gleichwohl lobbyiere ich nicht dafür, dass wir entsprechend herauskommen, sondern dadurch, dass das gerade insgesamt als Aufgabe wahrgenommen wird, auch eine wettbewerbsneutrale Aufgabe zwischen den Unternehmen, glauben wir, dass wir hier insgesamt einen vernünftigen Standard erarbeiten müssen. Und auch hier halte ich es für unschädlich, wenn national eine andere Aufteilung erfolgt, als dieses europaweit ist. Das mag auch der Tatsache geschuldet sein, dass wir in etlichen europäischen Mitgliedstaaten gar keine nennenswerte nationale eigene Versicherungswirtschaft haben, dass wir hier uns anders aufstellen könnten. In Bezug auf die Nahrungsmittelwirtschaft habe ich als bekennender Hobbykoch eine eigene Meinung. Bitte aber um Verständnis, dass ich hier aktuell eigentlich nichts zu sagen kann. Frau Plöger. Die Frage, ob bis jetzt das Gesetz hinreichend bestimmt ist, haben wir ja schon in unserem Eingangsstatement eigentlich schon ausgeführt. Also was uns aufgefallen ist in den vielen Vorgesprächen und Runden, die wir vorher geführt haben, ist, dass also bei sehr vielen noch das Fragezeichen war, ob sie tatsächlich der Betreiber einer kritischen Infrastruktur sind und entsprechend die Sorge umgeht, wann man sich eben auf die neue Gesetzeslage einstellen muss. Also dass hier auch eine große Unsicherheit bei den Unternehmen besteht. Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme ja diese Punkte auch schon kritisiert. Ein weiterer Punkt, den wir auch schon erwähnt haben, ist sicherlich der Umfang und der Inhalt dieser Meldepflicht. Auch da sind viele Fragezeichen. Vorhin sind hier schon einige Zahlen genannt worden, unter anderem, dass die Telekom davon ausgeht, dass es eine Million Angriffe pro Tag gibt. Also wenn man sich jetzt mal belegt, was ein größeres Unternehmen dann, ein Energieversorger oder so vielleicht am Tag zu bewältigen hätte, dann wird sicherlich auch die Anzahl der Personen, die dafür alleine eingestellt werden müssen, um das nachzuhalten, sehr groß sein. Die Unternehmen haben also in den Gesprächen sehr dringend darum geworben, dass natürlich möglichst viel schon Bestandteil des Gesetzes wird und nicht erst in die Rechtsverordnung eingeht, um da rechtzeitig mehr Rechtssicherheit zu haben. Soll ich den zweiten Punkt auch gleich? Okay, genau. Also die Frage der Rechtsverordnung, das ist dann ja auch die Überleitung dazu. Natürlich begrüßen wir den kooperativen Ansatz und freuen uns über eine enge Einbindung in das Verfahren. Das haben wir ja auch schon signalisiert. Das ergibt sich ja schon auch aus dem Vorhergesagten, dass wir vielleicht uns noch mehr Präzision im Gesetz selbst wünschen würden. Es ist einfach im Interesse der Industrie, sich da aktiv einzubringen, weil natürlich auch wir, die wachsende Bedrohung sehen, uns nur die Frage stellen, ob mit umfangreichen Meldepflichten wir dem Problem Herr werden. Aus diesem Grund ist ja auch diese Allianz für Cybersicherheit schon gegründet worden, die mittlerweile über 1.000 Unternehmen erfasst und die natürlich ermöglicht, auch branchenspezifische Standards zu entwickeln und branchenspezifische Schutzmechanismen zu entwickeln. Vielen Dank, Herr Professor Ornum. Ja, danke für die Frage, die nach den verfassungsrechtlichen Maßstäben an die Rechtsverordnung gefragt hat. Wir haben Anforderungen in Artikel 80.1.2 Grundgesetz dazu, die sich unter anderem auch ergeben aus der Wesentlichkeitstheorie des Bundesverfassungsgerichts. Also die wesentlichen Entscheidungen müssen Sie in diesem Haus hier selber treffen, der Gesetzgeber selber treffen. Frage, was bedeutet das im konkreten Fall? Und ich würde sagen, im Ausgangspunkt ist die Frage, auf wen ein Gesetz anwendbar ist, ist natürlich eine wesentliche Frage. Also da wird man kaum anderer Ansicht sein können. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass jedes einzelne Unternehmen immer direkt aus dem Gesetz ersehen können muss, ob das Gesetz direkt anwendbar ist. Ich würde, ähnlich wie der Kollege Rossnagel, sagen, dass die Bestimmtheitsanforderungen hier gewahrt sind. Ich würde aber noch hinzufügen. Ich würde sagen, sie sind noch gewahrt. Und ich würde schon dafür plädieren, nach Möglichkeit mir eine Präzisierung noch vorzunehmen. Die Kriterien Qualität und Quantität sind angesprochen worden. Und in der Gesetzesbegründung gibt es auch zumindest Ansätze für Präzisierung. Also betroffene Rechtsgüter zum Beispiel, die man nennen könnte. Im Übrigen ist mir beim Lesen der Begründung aufgefallen, dass dort drinsteht, dass maximal 2000 Unternehmen betroffen sein sollen von dem Gesetzentwurf. Irgendwie muss diese Zahl ja ermittelt worden sein. Das heißt, irgendwie gibt es ja offensichtlich Kriterien, nach denen im Moment auch schon gearbeitet wird und diese doch für mich relativ konkrete Zahl von 2000 jetzt ermittelt worden ist. Diese Kriterien könnte man im Verordnungsverfahren näher präzisieren, aber die könnte man vielleicht auch im Gesetzgebungsverfahren bereits näher präzisieren. Dafür würde ich jedenfalls werben. Lassen Sie mich vielleicht eine Sache noch zur Europarecht, wenn die Frage nicht direkt Europa, glaube ich, nicht direkt an mich ging, aber vielleicht dann ganz kurz da was zu ergänzen. Ich würde sagen, dass das direkt zusammenhängt. Und je wager Sie den Gesetzentwurf lassen, desto größer ist die Chance, dann im Verordnungsverfahren konform zu sein mit den europäischen Richtlinien. Wenn wir es jetzt präziser machen auf gesetzlicher Ebene, dann steigt das Risiko, dass wir einen Widerspruch kriegen zu dem, was auf europäischer Ebene passiert. Das heißt, je präziser man es ins Gesetz schreibt, desto mehr würde dafür sprechen, vielleicht doch die europäische Gesetzgebungsverfahren insoweit abzuwarten. Ich glaube, was das Europäische angeht, liegen die eigentlichen Probleme nicht bei der Frage des Anwendungsbereichs, sondern bei der Veröffentlichung der Ergebnisse und bei den Sanktionsbefugnissen. Dankeschön. Herr Hange. Ja, zum Thema Meldepflichten. Also die Frage erst, wie geht das BSI mit den Meldungen um? Wir haben also angeschlossen an unser ZERD ein Lagerzentrum, was dann künftig auf 24 mal 7 präsent sein wird. Und dort werden die Meldungen natürlich nicht nur gesammelt, sondern bewertet. Und dann ist der Prozess natürlich zweistufig. Es ist so, es wird gesehen, was, sagen wir mal, an akuten Gefährdungen sich für andere ergeben. Also wenn wir hochwertige Angriffe haben, haben wir die Erfahrung gemacht, dass dann auch andere der gleichen Branche in gleicher Weise angegriffen werden. Und daraus ergibt sich dann eine Warnung. Die kann branchenspezifisch sein, die kann aber auch öffentlich sein. Das wäre also ad hoc. Dann ist sehr wichtig, und Meldepflichten sind an sich kein Selbstzweck. Und das, sagen wir mal, jede Meldung von einem Vorfall, also wenn es gerade hochwertige Angriffe bedeutet, auch Analyse. Und Herr Tschersich hat gesagt, wenn man konsequent Angriffe analysiert und sich dagegen aufstellt, 95 Prozent ist vielleicht etwas viel nach meiner Einschätzung, aber man kann 80 Prozent, 80 bis 90 Prozent der Angriffe abwehren. Und ich glaube, das ist wesentlich, da auch die Gelegenheit zu geben. Und das kann dann im Weiteren auch in die Mindeststandards der Branchen eingehen. Das ist also der kooperative Ansatz. Es ist nicht Selbstzweck, sondern es dient dazu, im Grunde, sagen wir mal ad hoc, zu sagen, was kann man dagegen machen, aufmerksam machen. Und zu den 1 Millionen, die Zahl stand ja im Raum, also es ist nicht Wald und Wiesen, was ein Spam-Filter herausfiltern kann, weil es ein Virenschutzprogramm ist, nicht meldewürdig, sondern es ist eine erhebliche Störung, insbesondere neuartige Angriffe. Und wir haben das mal hochgerechnet, sagen wir mal so, aus dem, was in der Bundesverwaltung, wo wir auch eine Meldepflicht haben. Wir gehen also, sagen wir mal davon aus, sagen wir mal 5 bis 10 Angriffe pro Jahr. Und bei den 2.000 Bezreibern, man muss jetzt qualitative Aspekte, man muss auch quantitative. Qualitativ ist so, die Herstellung von Sachen wird nur als Beispiel, muss anders bewertet, als die Verteilung von Dingen. Und oft ist der Verteilprozess, zum Beispiel bei Strom, aber auch bei Lebensmitteln, wenn das nur weniger sind, der kritischere Bereich. Und dem Rechnung tragen, kommen wir also auf etwa 2.000 im Maximum. Aber ich sage deutlich, es ist ein dynamischer Prozess. Wichtig ist jetzt, diese Methoden, sagen wir mal, kooperativ auch in der Rechtsverordnung niederlegen, sodass man zu einem Common Sense über die Vorgehensweise kommt, dass also wir als BSI auch für die Wirtschaft dann in unserer Vorgehensweise transparent sind, was wir machen, was wir mit den Informationen machen. Das heißt aber, die Informationen als solches bleiben natürlich sehr vertraulich. Das muss oberstes Gebot sein. Also die Meldung selbst und auch wer dahinter steht. Herr Kollege Reichenbach. Vielen Dank. Vielleicht mal vorab einen Satz, was mich schon ein bisschen irritiert, wenn Unternehmen selber nicht wissen, ob sie zu kritischen Infrastrukturen gehören oder welche Anlagenteile bei ihnen selbst kritische Infrastruktur ist, dann sagt es fast mehr über das Problem der Unternehmen aus, als über die Definitionsschwierigkeit im Gesetz, aber das vielleicht nur mal am Rande. Ich habe drei Fragebereiche. Einmal am besten an die beiden Juristen, also Professor Hornung und Professor Rosnagel. Professor Schiller hat in seiner Stellung darauf hingewiesen, dass es bei diesen webbasierten Steuerungselementen, die in den Anlagen verbaut sind und die sozusagen gar nicht über sozusagen die klassischen, wie wir aus dem Internet kennen, Webdienste laufen, dass es da sozusagen Zuordnungsschwierigkeiten gibt, ob es denn im TMG oder im TKG überhaupt ausreichend gefasst ist. Da wäre meine Frage, einfach sehen Sie die Schwierigkeit auch, ich glaube, Sie haben es angesprochen, zumindest teilweise in Ihrer Stellungnahme, Professor Rosnagel, aber was mich mehr interessiert, ist, wie wäre das Problem zu lösen? Also das heißt, hätten Sie einen rechtlichen Vorschlag, wie das lösbar wäre? Zweite Frage geht an Herrn Hange und an Herrn Professor Rosnagel und Herrn Schiller. Das war die Frage sozusagen der Mitwirkungspflicht von Herstellern von Komponenten. Herr Tschirich hat es ja auch angesprochen. Was passiert eigentlich, wenn irgendjemand bei der Monopolist sagt, schön, dass du ein Problem hast, aber das ist nicht meins. Ein Obligo ist dann der Betreiber der kritischen Infrastruktur und nicht derjenige, der die Hardware oder die Software geliefert hatte, in der sozusagen ein Sicherheitsproblem entstanden ist und nur zu beheben ist. Meine Frage deswegen, könnten Sie sich Regelungen vorstellen, die Mechanismen entfalten, die dann auch eine entsprechende Mitwirkung garantieren und wie könnten die dann aussehen? Das Dritte ist dann die Frage der Sanktionsmechanismen. Das ist ja mehrfach angesprochen worden, vielleicht auch an Professor Rosnagel und an Professor Hornung. Wie wäre das im Gesetz besser formulierbar, dass sozusagen das Gesetz auch nicht ins Leere läuft und nicht diejenigen, die sich dann im kooperativen Ansatz kooperativ verhalten, dadurch bestraft werden, dass diejenigen, die sich nicht daran halten und Wettbewerbsfortbehalt haben, dann keine Strafe zu fürchten haben, also auch keine ökonomische, was ja dann auch zu einer Wettbewerbsverzerrung führen würde. Und dann habe ich noch eine Frage, die jetzt nicht in der Anhörung selber aufgekommen ist, sondern von außen herangetragen wurde. Es gab mehrfach die Kritik im Netz und sonst wo, dass die Zweckbindung nach § 7a nicht ausreichend sei. Also ich glaube, vom Chaos Computer Club ist eben mal so ein bisschen angeklungen, dass ja die Entdeckung oder die Meldung von Sicherheitslücken dann dazu genutzt werden könnte, vom BSI und Bundesbehörden im Sicherheitsbereich, solche Sicherheitslücken zur Verfügung zu stellen, um dann eigene Zwecke zu verfolgen. Also so nach dem Motto, das BSI sucht nach Ausspähungslücken und gibt die dann böserweise dem Bundesverfassungsschutz oder dem BKA. Da wäre meine Frage nochmal, ist Ihre Einschätzung nach... An wen? An Professor Rossnagel, an Herrn Hange und... An alle. Nö, das reicht doch, zwei. Ist die Zweckbindung nach § 7a, vielleicht noch Herr Professor Hornung, ausreichend, um solchen Befürchtungen entgegenzutreten oder würden Sie da eine Nachschärfung befürworten? Herr Professor Hornung. Vielen Dank für die Fragen. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich im Wesentlichen mit Kollege Rossnagel einer Meinung bin, nutze die Gelegenheit aber gerne nochmal zum TKG und zum TMG auch noch was zu sagen. Sowohl im TMG-Bereich als auch im TKG-Bereich haben wir das aus meiner Sicht relevante Problem des Umgangs mit Verkehrsdaten zu IT-Sicherheitszwecken. Also dem, was da sozusagen im Tagesgeschäft anfällt, an laufenden Daten. Und da wird es sicherlich überlappende Bereiche geben. Über die Abgrenzung dieser beiden Gesetze kann man promovieren im Wesentlichen. Also das ist tatsächlich ein nicht ganz überschneidungsfreier Bereich. Außerdem ist es ein identisches Problem, nämlich die Frage, was machen wir mit Verkehrsdaten in Bezug auf solche Analyse-Mechanismen. Ich würde das deswegen, weil es das identische Problem ist, auch identisch lösen. Ich würde es nur nicht so lösen, und das hat Herr Rossnagel schon gesagt, wie es im Gesetzentwurf drinsteht, weil dort nämlich im Wesentlichen nur das Kriterium der Erforderlichkeit drinsteht. Und das scheint mir zu vage zu sein, um in diesem grundrechtssensiblen Bereich handhabbare Kriterien anzugeben. Wir haben eben schon gehört, dieses Erforderlichkeitskriterium führt dazu, dass in der Praxis die Speicherdauern völlig auseinanderlaufen. Also drei Tage bis sechs Monate ist so das, was ich höre. Das kann nicht Sinn der Sache sein, würde ich sagen, sondern wir brauchen eine Erheblichkeitsschwelle, die zum Beispiel so aussehen könnte, dass nur erheblich, also ab erheblicher Sicherheitsvorfälle das Ganze und nicht jeder Sicherheitsvorfälle möglich ist. Wir brauchen eine Zweckbindungsregelung, wir brauchen IT-Sicherheitsvorgaben und wir brauchen eine Obergrenze für die Speicherpflicht. Also das, denke ich, sind Möglichkeiten, dieses Problem grundrechtskonform zu lösen. Zweiter Punkt zu den Sanktionen. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass wir hier eine Ungleichbehandlung haben, nämlich im TKG-Bereich gibt es Sanktionen. Dort haben wir Ordnungswidrigkeiten, Tatbestände und ich glaube, dass der TKG-Bereich hier als Modell dienen könnte. Dort wird es nämlich so gelöst, dass nicht jeder Verstoß gegen die IT-Sicherheitsvorgaben Bußgeld bewährt ist, sondern nur dann, wenn es erhebliche Verstöße sind oder gravierende Verstöße. Und ich glaube, dass das ein sinnvoller Ansatz ist, auch für eine allgemeine Regelung, die man im BSI-Gesetz oder an anderer Stelle verankern könnte. Wie gesagt, ich glaube an kooperative Ansätze, aber nicht so sehr, dass ich darauf verzichten würde, dem BSI entsprechende Befugnisse an die Hand zu geben. Ich habe auch schon darauf hingewiesen, dass das tatsächlich ein Punkt ist, wo die europäischen Pläne anders aussehen. Dort gibt es Sanktionsbefugnisse. Das heißt, wenn die Richtlinien so verabschiedet wird, müsste in diesem Haus ohnehin nachgearbeitet werden, weil man dann das umsetzen muss. Letzter Punkt, Zweckbindung des 7a. Auch darauf habe ich schon hingewiesen. Ich glaube, dass die Erkenntnisse, die hier gewonnen werden seitens des BSI, sensibel sind aus Perspektive der Unternehmen oder sensibel sein können. Und dass wir deswegen dafür sorgen müssen, dass auch der böse Schein vermieden wird, dass diese Erkenntnisse weitergegeben werden an Institutionen, die da möglicherweise zweite oder dritte Interessen haben könnten. Das betrifft aus meiner Sicht vielleicht gar nicht so sehr die Bundesbehörden, sondern auch die internationale Kooperation des BSI. Das BSI bekommt ja eine neue Aufgabe nach dem Entwurf der internationalen Zusammenarbeit. Machen Sie heute auch schon. Aber es gibt eine explizite, neu geregelte Aufgabe der internationalen Zusammenarbeit. Und auch in dieser Zusammenarbeit, denke ich, ist dafür Sorge zu tragen, dass das, was hier gesammelt wird, sinnvollerweise gesammelt wird auf Seiten des BSI, und zwar auch nicht den Anschein erweckt wird, dass dort das in andere Kanäle kommt. Herr Prof. Rosnagel. Ja, vielen Dank für die Fragen. Bezogen auf die Erfassung von Websteuerungen in eingebetteten Systemen kann ich mich weitgehend den Ausführungen von Herrn Honnung anschließen. Ich würde gern auf zwei Punkte aufmerksam machen. Wenn man das TMG-Telemediengesetz mit einbezieht, dann hat man das Problem, dass es nicht nur um Verkehrsdaten geht, sondern auch um Nutzungsdaten. Das heißt, die Information an den Betreiber über das Netzverhalten des Nutzers wird erheblich höher, intensiver. Und das heißt, der Eingriff in die Grunde, in das Fernmeldegeheimnis des Nutzers wird erheblich tiefer. Insofern kann man aus der Sicht des Betroffenen diese beiden Fälle nicht gleichsetzen. Man muss sehen, dass der Grundrechtseingriff stärker ist. Das muss nicht ausschließen, dass der TMG-Betreiber genauso wie der Telekommunikationsbetreiber Vorsorgemaßnahmen treffen darf oder können sollte, um Angriffe zu erkennen. Aber dabei, das ist jetzt die zweite Bemerkung, sollten wir vor allen Dingen darauf achten, dass man stufenweise vorgeht. Also nicht alle Daten von allen Nutzern für im Gesetz nicht geregelten Zeitraum aufbewahren, sondern erst mal Statistiken prüfen, anonym die Daten erheben. Und wenn man dann Anomalien erkennt, dann hat man Anlass, dann kann man eine Stufe weitergehen. Und das müsste im Gesetz entsprechend geregelt sein, sich Schritt für Schritt voranarbeiten in der Verarbeitung personenbezogener Daten. Das Bundesverfassungsgericht hat es in vielen Entscheidungen so eingefordert, dass man nicht einfach alles entsprechend speichern darf, sondern dass man immer Eingriffsschwellen definieren muss. Also wie aussagekräftig ist das Datum? Dementsprechend muss dann eine hohe Eingriffsschwelle oder eine niedrige Eingriffsschwelle bestehen. Und wenn man so stufenweise vorgeht, kann man diese Eingriffsschwellen nachvollziehen oder entsprechend dokumentieren. Also immer dann, wenn man sieht, hier findet ein Angriff statt, dann gibt es natürlich auch gute Gründe, die Daten zu speichern. Wenn man aber keinen Anlass hat, jetzt von einem Angriff auszugehen, warum soll man dann die Daten speichern? Also nicht alles flächendeckend auf einmal, sondern Schritt für Schritt. Die zweite Frage zur Mitwirkungspflicht von Herstellern. Das BSI kann ja die betreiberkritische Infrastrukturen zu Nachbesserungsmaßnahmen auffordern. Das macht wenig Sinn, wenn die Nachbesserungsmaßnahme vom Hersteller vorgenommen werden müsste, weil die Hard- und die Software vom Betreiber ja selbst gar nicht verändert werden kann. Da müsste man dann eine Regelung vorsehen, dass diese Nachbesserungsaufforderung auch an den Hersteller gerichtet werden darf. Und nicht nur an den Betreiber, der gar nicht in der Lage ist, diese Anforderung zu erfüllen. Die dritte Frage bezog sich auf die Sanktionen. Sowohl die Sicherungspflichten der betreiberkritischen Infrastrukturen als auch die Meldepflichten kritischer Infrastrukturen werden sicher von einer großen Anzahl von Unternehmen befolgt. Die sind nicht der Gegenstand oder die Adressaten von Sanktionen. Wir müssen aber dafür sorgen, dass nicht die, die, die die Regeln befolgen, dann diejenigen sind, die Wettbewerbsnachteile haben. Weil dann werden die sich das auch dreimal überlegen, ob sie das noch weiter tun. Und um hier eine Wettbewerbsgleichheit herzustellen, ist eine Sanktion notwendig. Wie die aussehen könnte, ist im Gesetzentwurf nachzulesen, nämlich in der Regelung 249 TKG. Da ist es schon geregelt. Und genau die Regelung könnte man übertragen auf die Pflichten nach 8a und 8b BSI-Gesetz. Die letzte Frage betraf die Zweckbindung von Informationen, die man dadurch gewinnt, dass man Produkte auf ihre Sicherheit hin überprüft. Da ist eine Zweckbindung im Absatz 2 von dem Paragraf 7a drin. Aber da muss man schon ein sehr guter Jurist sein, um das durch die Verweisungstechnik, die dort verwendet wurde, rauszufinden. Dieses Gesetz wird vermutlich nicht nur von hoch spezialisierten Rechtsabteilungen angewendet, sondern auch von dem einen oder anderen, der sich in so einer Verweisungstechnik nicht auskennt. Von daher wäre es schon sinnvoll, wenn man genau die Frage auch noch mal präzise und detailliert beschreibt. Und nicht nur in so einer, ja, sage ich mal, für Juristen nur lesbaren Verweisungstechnik. Vielen Dank. Herr Professor Schöller. Ja, ich bin ja hier so eher der Techniker aus dem Juristischen halte ich mich raus, aber mir ist es immer unverständlich, wie man so tut, als wäre der IT-Bereich jetzt auf einmal was ganz, ganz Neues. Wenn Sie bei der Bahn die Dienstleistung kaufen, ich möchte von A nach B, die Bahn kommt nicht pünktlich, dann sagen Sie, ich hätte gern mein Geld zurück. Ihnen ist egal, ob das das Antriebsaggregat von irgendeinem Hersteller war oder ob kein Lokführer da war oder wie auch immer. Wenn Sie heute ein Auto kaufen, es tut irgendwas nicht, sagen Sie auch nicht, das war das Einspritzsystem von X, dann muss ich zu der Firma X gehen, Sie gehen zu Ihrem Autohändler. Wenn jetzt über ein Drittel der Wertschöpfung im Autobereich schon die IT ist, wo gehen Sie denn in Zukunft hin? Gehen Sie jetzt an irgendeiner IT-Firma, weil einem Auto was nicht tut? Nein, Sie gehen zum Händler natürlich vom Auto. Deswegen ist auch nicht einzusehen, dass man sagt, naja, okay, irgendjemand bietet ein Produkt an oder eine Dienstleistung und sagt, ich habe keine Ahnung, was da drin für Technik, für Hardware steckt, dann muss die entsprechende Unternehmung dann eben Verträge, wie der Automobilkonzern das macht, mit einem Zulieferer sagen, ihr erfüllt die und jene Kriterien, dann dürft ihr bei mir rein, wenn ihr das nicht macht, dürft ihr bei mir nicht rein. Und nicht einfach sich Hardware einkaufen, wie auch große Telekommunikationsunternehmen das schon gemacht haben, von denen sie keine Ahnung haben, wie die funktioniert. Wenn was schief geht, lässt man sich schnell Ingenieure einfliegen und redet sich raus. Das ist der eine Punkt. Das nächste ist, auch gar nicht logisch, warum dann solche Sachen wie Haftung nicht richtig greifen sollen. Wieder das Beispiel Auto. Wenn immer mehr Software ist, Software greift keine Produkthaftung, hält man das in Zukunft noch durch? Man wird immer zum Autohersteller und sagen, dein Auto ist gegen den Baum gefahren, weil, und mir ist egal, ob das die IT war, die Software, die Hardware, wie auch immer, das ist genau die Marke, das Auto. Deswegen denke ich, dieses Weiterleiten, Weiterpropagieren von Verantwortlichkeiten landen wir zum Schluss dann beim Hersteller vom Silizium für den Chip, weil der irgendwie gepfuscht hat. Das kann es natürlich nicht sein. Deswegen eine Schnittstelle zum Kunden, dann auch von der Verantwortlichkeit her. Herr Präsident Hange. Ja, zunächst zu Mitwirkungspflichten von Herstellern. Also auch das Thema Sanktionierung. Man muss ja einfach sehen, mit den Mindeststandards wird ein Rahmen vorgegeben. Und ein Rahmen, den durchaus die betreiberkritische Infrastruktur mit organisatorischen Maßstaben und mit Produkten, die diesen Standard erfüllen, dann auch eigenständig ausfüllen können. Es ist also so, dass die Bindung hier des Herstellers an den betreiberkritischer Infrastrukturen auch durch entsprechende AGBs, das heißt, wenn eine Schwachstelle vorgefunden wird, muss sie auch beseitigt werden. Das BSI hat hier natürlich die Möglichkeit, wir haben es auch gemacht, zu warnen. Wir können auch öffentlich warnen. Das haben wir inzwischen mehrere Mal gemacht und das hat einen sehr großen Wirkungsgrad auch international, auch gegenüber Global Player. Und ich glaube, dieser Weg, sagen wir mal, über das Gesetz, sagen wir mal, auf Zulieferer einzuwirken, wie die Produkte zu gestalten sind, also was an Kryptomechanismen da ist, was an Authentisierung, was auch an Cyberabwehr, Detektionsmechanismen da ist, das wird einfach durch diese Mindeststandards deutlicher. Die konkrete Produktauswahl ist dann aber immer etwas, was auch am Markt entschieden werden muss. Und die Möglichkeiten, dann Schwachstellen auch öffentlich zu benennen, wenn sie nicht abgestellt werden, schafft eine Möglichkeit, im Grunde auch Druck dann auf Hersteller, gerade im Bereich kritische Infrastrukturen, dann auszügen. Die zweite Frage ist Zweckbindung von Meldungen. Es ist also hier im Gesetzesvorschlag gesehen, es ist so, dass diese Meldungen nur dazu dienen, wirklich kritische Infrastrukturen zu stärken, auf Schwachstellen hinzuweisen. Und es ist keine Weitergabe der Meldung, auch von Schwachstellen schon gar nicht, an Dienste und so vorgesehen. Das entspricht auch nicht dem gesetzlichen Auftrag des BSI. Dort sind die Prozesse überhaupt der Zusammenarbeit mit Polizeien und Diensten genau beschrieben. Und vor allen Dingen, jede Unterstützung der Polizeien und Dienste muss auch aktenkundig gemacht werden. ist also insofern auch nachvollziehbar. Das war's. Das war's. Ja, prima, gut. Ich wollte es nicht unterbrechen. Frau Wackziniak. Ja, ich habe zunächst... Essen auf Rädern ist da, falls das keiner gesehen hat, hinten im Raum. Entschuldigung. Zunächst, ja, kein Problem, eine ganze Batterie an Fragen an Herrn Neumann und dann noch Fragen an Herrn Schiller, Herrn Hornung und Herrn Hange. Ich fange mal mit Herrn Neumann an. Sie haben ja in Ihrem Statement den größeren Endnutzerschutz als zentralen Punkt genannt. Und vor diesem Hintergrund will ich Sie doch noch mal zu den Meldepflichten fragen. Sie haben vorhin gesagt, so eine Meldepflichten haben noch keinen Hack verhindert. Und die Frage für mich ist jetzt schon, wenn Sie den Endnutzerschutz in den Mittelpunkt stellen, ob vor dem Hintergrund, dass auch Endnutzerinnen und Endnutzer irgendwie ja mit Problemen umgehen müssen, ob es da nicht doch irgendwie eine Möglichkeit gibt oder es doch sinnvoll sein kann, so eine Meldepflicht zu haben aus Sicht von Endnutzerinnen und Endnutzern. Und das will ich dann schon noch mal verbinden mit der Frage, ob es unter diesem Gesichtspunkt nicht eher ein Mehr an Meldepflichten geben müsste, nämlich eher die Frage, ob es nicht auch Details zu Sicherheitslücken und Möglichkeiten zur Beseitigung und der Umgehung von Sicherheitslücken öffentlich gemacht werden müssten und ob es sinnvoll wäre, ein Verbot des Handelns mit Sicherheitslücken im Gesetz zu verankern. Das Zweite, was ich Sie fragen wollte, Sie haben vorhin gesagt, dass Stand der Sicherheit der Technik eh das ist, was schon die ganze Zeit vorhanden ist und Sie hätten gern mehr Proaktivität in diesem Gesetzentwurf. Und jetzt wollte ich Sie fragen, ob Sie da einfach eine Idee haben, wie diese Proaktivität in so einem Gesetz verankert werden könnte, wie die aussehen könnte. Die dritte Frage, Sie haben die ambivalente Funktion des BSI angesprochen, als ein Amt, das dem Bundesministerium des Innern unterstellt ist. Auch wieder aus Sicht der Endnutzerinnen und Endnutzer könnte es ja möglicherweise sinnvoll sein, so eine Art Auditierung vorzunehmen von Teilen von Infrastrukturen. Das erscheint mir ein bisschen schwierig, solange das BSI dem BMI untergeordnet ist. Wäre A, eine Auditierung sinnvoll, B, wäre auch vor dem Hintergrund einer Auditierung es möglicherweise sinnvoll, das BSI quasi als unabhängige Stelle zu konstruieren. Letzte Frage an Sie. Sie haben vorhin gesagt, dass ein Störfall, sozusagen, wenn es einen akuten Störfall gibt, braucht man nicht gefühlte 100 Jahre gespeicherte Daten und haben den 100 TKG kritisiert. Nun hat Herr Czerzig vorhin gesagt, dass man ja trotzdem sozusagen ein paar Dateien braucht, um zu gucken, ob es einen Angriff gibt. Vor dem Hintergrund würde ich Sie bitten, einfach noch mal was zu sagen zu diesem 100 TKG, wie Sie das sehen, in welchem Umfang, welche Daten überhaupt und wenn ja, wie lange. Herrn Schiller würde ich gerne noch mal fragen und die Frage geht auch gleichzeitig an Herrn Hornung, das betrifft so ein bisschen den Anwendungsbereich. Wenn ich das Gesetz richtig gelesen habe, werden aus dem Gesetz Unternehmen rausgenommen. Herr Schiller hat von KMU, glaube ich, gesprochen. Wenn ich das richtig gelesen habe, ist die Grenze dort 250 Mitarbeiter und eine Bilanzsumme von 43 Millionen Euro. Also alles, was mehr als 250 Mitarbeiter hat und eine Bilanzsumme von 43 Millionen Euro. Das sei dann, würde dann unter das Gesetz fallen. Da würde mich bei Herrn Hornung interessieren, ob das sozusagen mit dem Bestimmtheitsgebot irgendwie noch Sinn macht. Also aus meiner Sicht ehrlich gesagt nicht, weil entweder es ist etwas kritisch oder es ist etwas nicht kritisch, kann aber nicht an der Mitarbeiterzahl festgemacht werden. Und die gleiche Frage auch noch mal an Herrn Schiller, ob es nicht, Sie haben gesagt, im zweiten Schritt soll man darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll ist, gleich von Anfang an alle einzubeziehen. Und die letzte Frage geht an Herrn Hornung und an Herrn Hange. Ich habe beim Lesen des Gesetzentwurfes ganz hinten gefunden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz bis zu 50 Stellen mehr bekommen soll in Erfüllung dieses Gesetzes. Und dann stand irgendwie drin, diese 50 Stellen mehr sollen eingeführt werden, weil ja das BSI Daten dem Bundesamt für Verfassungsschutz übermittelt. Und jetzt habe ich mir das Gesetz angeguckt und finde im 8b Absatz 2 Nummer 4 aber nur Unterrichtungspflichten. Und deswegen ist meine Frage, ob Herr Hornung in dem 8b Nummer 4 tatsächlich eine Möglichkeit zur Datenübermittlung an das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht und an Herrn Hange auch die Frage, ob er das als sozusagen Ermächtigungsgrundlage für eine Datenübermittlung sehen würde oder ob möglicherweise schon bereits jetzt Daten einfach übermittelt werden. Herr Neumann. Vielen Dank für die ausführlichen Fragen. Ich hoffe, ich habe mir alle gemerkt. Die erste Frage betraf die Meldepflichten. Und da hat Herr Tscher sich auch gerade korrekt angemerkt. Das wäre jetzt der Fall denkbar. Es findet irgendwie einen Angriff auf die Deutsche Telekom statt. Die Deutsche Telekom ist in der Lage, den zu detektieren und irgendwie abzuwehren und warnt dann die anderen und die werden dann davor geschützt und dann ist ja was Gutes geschehen. Gleichzeitig haben wir aber schon darüber gesprochen, dass es sich um Ad-Hoc-Angriff verhandelt und ein Angriff in der Regel dann erfolgreich ist, wenn er neuartig ist. Denn sie haben in ihrer Infrastruktur eine ganze Menge Zeug stehen, was jeden bekannten Angriff und jede bekannte Sicherheitslücke irgendwie abwehren soll. Vorausgesetzt, dass das alles irgendwie im halbwegs normalen Betrieb ist. Sind sie also gegen bekannte Angriffe als halbwegs vernünftig aufgestellte Infrastruktur sehr gut geschützt? Es fängt dann aber an, oder die hohe Kunst fängt dann an, wenn wir von neuartigen Angriffen sprechen, wenn nämlich genau die Sicherheitslücke ausgenutzt wird, die wir noch nicht kannten, Entschuldigung, achso, wenn genau die Sicherheitslücke ausgenutzt wird, die wir noch nicht kannten, der Angriff passiert, von dem er nicht wusste, dass er möglich sein würde. Nehmen wir mal so ein OpenSSL-Beispiel, wo dann auf einmal ein zwei Jahre alter Bug gefunden wird in einer höchst sicherheitskritischen Software, die von vielen deutschen Banken genutzt wird und damit die Sicherheit des Online-Bankings massiv bedroht. Das wäre jetzt ein akuter Fall, den keiner vorhersehen konnte, den auch im Zweifelsfall der größere Teil der Unternehmen nicht detektieren konnte und da genau geht nämlich das Problem los. Um den neuartigen Angriff zu detektieren, muss ich ihn sehen und bemerken und es ist durchaus eine korrekte Feststellung, dass die meisten deutschen Unternehmen in diesem Bereich noch größere Defizite aufweisen. Gleichzeitig hat der Angreifer aber im Zweifelsfall keine Motivation, erst die Deutsche Telekom anzugreifen und zu warten, bis sie den Angriff abgewehrt, erkannt und ausgewertet hat und andere warnt, bevor der Angreifer dann, was weiß ich, beispielsweise nicht Konkurrenten, sondern andere Marktteilnehmer angreift. Das heißt, als Angreifer habe ich relativ wenig Grund, irgendwie darauf zu warten, bis irgendjemand meinen abgewährten Angriff ausgewertet und in Ruhe erkannt hat. Geschweige denn, vielleicht erkennt er ihn auch überhaupt nicht. Und was also die Meldepflichten angeht, singt jetzt hier das hohe Lied auf die Meldepflichten, alle werden davon profitieren, dann fragt man sich ja, warum es freiwillig keiner macht im Moment. Denn seit 2012 haben wir ja die Gelegenheit in der Allianz für Cybersicherheit solche Meldungen abzugeben. Die Unternehmen haben die Möglichkeit, eben freiwillig dort teilzunehmen und davon zu profitieren. Jetzt wird man sofort sagen, ja, das tun sie aber doch, das tun sie ja, das ist ein großer Erfolg, Allianz für Cybersicherheit. Dann frage ich mich, warum das jetzt in ein Gesetz geschrieben werden muss. Insofern, irgendwas funktioniert dann nicht ganz richtig. Ein weiteres Problem, was ich noch nicht angesprochen habe und da haben wir gerade über die Endnutzer gesprochen, ist, dass Unternehmen IT-Sicherheit als ein sehr multidimensionales Problem betrachten müssen. Es gibt sehr viele Angriffsmotivationen, viele davon sind auf einen direkten Schaden des Unternehmens ausgerichtet. Einige davon nicht. Grundsätzlich sind die Angreifermotivationen aber von Seite des Angreifers gedacht. Das heißt, ich habe als Angreifer ein bestimmtes Angriffsziel, von dem ich mir einen bestimmten Profit verspreche und für diesen Profit oder für diesen Vorteil oder für dieses Ziel bin ich bereit, einen gewissen Aufwand in Kauf zu nehmen. Und nun kann es sein, dass ich beispielsweise geistiges Eigentum stehlen möchte und damit sehr konkret den Kern des Geschäftsinteresses meines Opfers berühre und ein Risikossinn oder ein Angriffsszenario realisieren möchte, was mein Ziel im Zweifelsfall auch schon bedacht hat. Also zum Schutz des geistigen Eigentums Unternehmen in der Regel relativ große Schutzvorkehrungen. Gleichzeitig scheinen ja, wenn man sich einfach nur die erfolgreichen Angriffe anschaut, die Schutzmaßnahmen zum Schutze der Kundendaten irgendwie etwas geringer zu rangieren, denn da sind die Angriffe offenbar häufiger erfolgreich. Und was ich denke, wenn man regulatorisch eingreifen möchte, dann sollte man insbesondere den Unternehmen dort Anreize geben durch Haftungen, durch Zwänge, durch vielleicht Steuererleichterungen, das müssen Sie sich überlegen, was Sie da machen, genau den Risikoszenarien zu begegnen, die eben nicht ihr Kerngeschäftsinteresse betreffen, sondern die, bei der andere Personen, insbesondere natürlich die Endnutzer, zu Schaden kommen. Also ich muss einem Betreiber einer Gelddruckmaschine nicht erklären, wie er diese Gelddruckmaschine am Laufen lässt. Aber was am Rande von dieser Gelddruckmaschine alles reingeschoben wird und wo auch noch Angreifer daran Interesse haben, da ist es völlig selbstverständlich, dass Unternehmen da diesen Angriffsrisiken geringere Prioritäten zuweisen. Das ist völlig verständlich, ergibt sich aus den Anreizen, wenn man da regulatorisch eingreifen möchte, dann muss man eben diese Anreizlandschaft verändern. Dann wurde noch gefragt nach konkreteren Maßnahmen, die also zum Schutze von Endverbrauchern beitragen würden und es wurde auch hier angemerkt, dass kleinere und mittelständische Unternehmen und eigentlich jedes Unternehmen, das nicht als kritische Infrastruktur eingestuft ist, nicht besonders, nicht wirklich in den Genuss dieses IT-Sicherheitsgesetz kommen wird. Da sehe ich andere Möglichkeiten, die ja sehr viel sinnvoller werden. Ich hatte das in meiner Stellungnahme an den Ausschuss Digitaler Agenda, die ja diesem Gesetzesentwurf vorausging, auch so vorgeschlagen, dass man sagt, schauen wir doch mal, was sind denn zum Beispiel Softwareprodukte, auf die ein großer Teil unserer Infrastruktur basiert, beispielsweise dieses OpenSSL. OpenSSL hatte diesen Hardbleed-Bug, den kennen Sie alle, das war der, wo alle auf einmal völlig panisch waren und die gesamte Sicherheit des Internets kaputt war. Ganz so schlimm war es nicht, aber es war nah dran. Dieser Bug bestand zwei Jahre in diesem quelloffenen Paket. Ein Open-Source-Produkt, das wie gesagt Banken in Deutschland und alle möglichen Anbieter von Telediensten nutzen, das frei zur Verfügung steht und das als Stand der Technik gilt. Wenn man das nutzt, macht man nichts falsch. Gleichzeitig hatte offensichtlich niemand dieser Nutzer, keines dieser Unternehmen, irgendein Interesse daran, dieses kostenlose Softwareprodukt einfach mal einer Auditierung zu unterziehen, um seine eigene Risikolandschaft zu verringern. Das hat sich dann irgendwann bösartig gerecht, als dann Google und die Firma Codonomicon das einfach mal gemacht haben. Profiteure dieser Sicherheitsüberprüfung waren alle, die am Ende diese Sicherheitslücke weniger hatten. Das ist natürlich auch der Grund, warum ein einzelnes deutsches Unternehmen wahrscheinlich keine große Motivation verspürt, eine Auditierung eines Produktes vorzunehmen, das allen kostenfrei zur Verfügung steht. Insofern auch hier ein soziales Dilemma. Die Unternehmen haben keinen Anreiz, da rein zu investieren, profitieren aber ohne Ende davon. Gleichzeitig haben sie überhaupt gar kein Problem, jede Einzelplatz-Windows-Lizenz ihrer 10.000 Firmenlaptops zu bezahlen. Aber für den Grundpfeiler der IT-Sicherheit eines Online-Banking-Systems Geld auszugeben, ist da eben einfach nicht motiviert. Da könnte ich mir schöne Lösungen vorstellen, dass man so einen Fonds macht, gerne auch unter Verwaltung des Herrn Hange, der dann sagt, passt mal auf, wir haben uns das mal hier angeschaut. Das und das und das und das sind Softwareprodukte, auf denen wirklich viel unserer Sicherheitsannahmen basiert. Da werfen wir jetzt mal alle möglichen Auditierungen drauf, da werfen wir Bug-Bounties drauf und sorgen dafür, dass das richtig gehärtet wird. Und da werden alle von profitieren, weil diese Produkte eben gemeinfrei zur Verfügung stehen. Gleichzeitig kann man natürlich sagen, was machen wir denn mit der proprietären Software? Der Ausspruch stammt nicht von mir und ich weiß nicht genau, von wem er stammt, aber es gibt so einen Vergleich zwischen Software und Drogenhändler. Das sind so die einzigen, die noch ohne jegliche Garantie operieren können auf dem deutschen Markt. Also eine Software wird geliefert, da haftet niemand für, wenn da irgendwas schief geht und das wird ja hier auch von den anderen Sachverständigen bemängelt. Wenn wir da jetzt eine reine Haftung auf den Betreiber abwälzen, dem sind in vielen Fällen die Hände gebunden, weil der größere Teil der Software, die eingesetzt wird, eben von Zulieferern kommt und da haben sie teilweise sehr lange Fristen, bis sie von denen überhaupt eine Antwort bekommen und dürfen dann noch längere Zeiten darüber diskutieren, ob es sich da überhaupt um Sicherheitsschwankungen handelt, die sie festgestellt haben oder nicht. Insofern wäre da eine ganz einfache Haftung, würde mit sehr viel weniger Bürokratie einen sehr schönen Effekt erzielen. Kurz am Rande sei noch angemerkt, dass natürlich die gesamte Awareness für Themen der IT-Sicherheit in der Grundbevölkerung und so auch in den Mitarbeitern dieser kritischen Infrastrukturen wahrscheinlich noch nicht so hoch ist, wie sie sein könnte. Da könnte man also auch noch in Awareness-Kampagnen, in Schulungen und so weiter investieren. Auch hier nichts in dieser Richtung gegeben. Ich hoffe, damit habe ich einen größeren Teil der Proaktivität von Frage 2 auch schon mit abgedeckt. Die Frage zur Unabhängigkeit des BSI, ich hatte das eingangs auch schon betont, das wäre mir ein dringendes Anliegen. Das BSI hat ein Image-Problem auf einerseits aufgrund der Vorkommnisse, die wir eben in der IT-Sicherheit für die Bevölkerung dieses Landes sehen, also das Mitarbeiten an einem Staatstrojaner, eine nicht nicht auch nur mangelhafte, sondern absolut ungenügende Aufklärung über diese Identitätsdiebstähle, die in den letzten Jahren bekannt wurden, wo also bis heute der größere Teil der Menschen, die da zum Opfer gefallen sind, nicht sinnvoll darüber informiert wurde. Da haben wir also schlechte Erfahrungen gemacht als Zivilbevölkerung und ich leite aus dem bisherigen Erfolg der Allianz für Cybersicherheit, die jetzt in irgendein Gesetz gegossen werden soll, auch ab, dass da der Erfolg nicht so groß ist und ich glaube, dass das Kernproblem die mangelnde Unabhängigkeit des BSI ist. Ich denke, insgesamt kann man in dieser Behörde auf Kompetenz hoffen, insgesamt liest man auch auf den Seiten des BSI ganz interessante Dinge und es ist leider, wie ich auch eingangs erwähnt habe, sehr schade, dass sich das in den, dass sich dieses Gesetz nicht auf die Lage bricht, des BSI, die es übrigens nach meinen Recherchen seit 2009 regelmäßig herausgibt, Herr Hange, also müssen Sie Ihren Text nochmal kurz anpassen, kann man also sehen, dass die Bedrohungsszenarien, die da dokumentiert sind, mit diesem Gesetzentwurf eben leider nicht angesprochen werden. Zuletzt ging es dann nochmal um die Daten, der Herr Schersich hatte mich da zu Recht darauf hingewiesen, ich kann ein insbesondere Kommunikationssystem, vor allem von der Größe, wie das, für das der Herr Schersich verantwortlich ist, nicht im Blindfug operieren lassen, da fallen alle möglichen Daten an und diese Daten brauche ich auch zur Kontrolle der Funktionalität dieses Systems. Was ich aber nicht machen kann, ist dann schreiben, wir formulieren einen Freibrief, alle Daten dürfen zeitlich unbegrenzt aufgehoben werden und wie gesagt, im Falle eines konkreten Störfalles, das habe ich in meiner Stellungnahme auch ausformuliert, gibt es durchaus auch die konkrete Notwendigkeit, wirklich in Verkehrsdaten hineinzuschauen und da auch wirklich herbe Verletzungen des Datenschutzes zu begehen, um den Betrieb dieser Infrastruktur aufrecht zu erhalten, um den Angriff vernünftig aufklären zu können und abwehren zu können. Das ist in der Tat richtig. Soweit ich das sehe, ist in diesem Fall, wenn ich mich nicht täusche, sogar heute schon ein Informieren der Nutzer notwendig. Das heißt, wenn die technische Notwendigkeit gegeben ist, sollte selbstverständlich dem Betreiber das Recht gegeben werden, alles zu tun, was zur Aufklärung des Angriffs notwendig ist und was zur Abwehr des Angriffs notwendig ist. Aber dann noch bitte auch die betroffenen Nutzer im Nachhinein vernünftig darüber informieren und dann bitte diese gesamte Maßnahme eine einmalige durch den akuten Störfall ausgelöste Maßnahme sein lassen und sich nicht stattdessen im Prinzip einen gesetzlichen Freibrief holen, einfach Daten zu speichern. Wie gesagt, bei dieser Speicherdauer, die durch den Acker-Vorrat dokumentiert ist, die eben zwischen drei und 180 Tagen schwankt, da sieht man ja schon, dass es für die Verwendung dieser Daten im Falle zum Zwecke der Behebung Erkennung, Eingrenzung und Behebung von technischen Störungen sehr unterschiedliche Meinungen gibt, wie viel Daten man denn da sowohl braucht und dass diese Daten eben im Regelfall zum Beispiel von der Abmahnindustrie angefragt werden, die genau diese Daten, die nach § 100 gesammelt werden, dann im Rahmen der Halterfeststellung für Kleinstvergehen anfragt, im Rahmen zivilrechtlicher Forderungen, da sieht man ja schon, dass hier offenbar ganz massive Einschränkungen des Verwendungszwecks notwendig sind und auch an der Streuung, wie unterschiedliche Unternehmen diese Datenvorhaltungen betreiben, dass da eine gesetzliche Vereinheitlichung notwendig ist. Wie gesagt, gleichzeitig denke ich, dass da also wenige Stunden bis Tage absolut ausreichend sind, um eine Störung zu erkennen, einzugrenzen und zu beheben. Gleichzeitig sei aber auch festgestellt, dass gerade im Telekommunikationsbereich natürlich für die Einzelverbindungsnachweise und andere Sachen schon viel längere Datenvorhaltefristen gesetzte oder, ich weiß nicht, ob sie gesetzlich vorgeschrieben sind, aber technisch notwendig sind. Also wenn ich, ich kann von meinen Einzelverbindungsnachweis von vor drei Monaten bei meinem Mobilfunkanbieter abgreifen, das heißt, da ist schon eine sehr viel ausführlichere Datenvorhaltung, die da stattgefunden hat. Insofern sehe ich für diesen Paragraf 100 TKG einfach keine Notwendigkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Präsident Hangel. Ja, ich möchte zunächst sagen wir mal die Frage beantworten, vielleicht, wenn Sie, Herr Vorsitzender, gestatten, vielleicht auch auf einige Punkte einzugehen, die das BSI direkt betroffen haben. Also die Frage, sagen wir mal, die Sie gestellt haben, 50 Stellen für das BRV. Hier möchte ich also Folgendes zu sagen, es ist so, dass das BSI als technische Behörde sagen wir mal den technischen Blick auf die Analyse hat. Und wir werden die eigenen Meldungen analysieren, das Bedrohungspotenzial herausarbeiten und dann, sagen wir mal, warnen, beziehungsweise, sagen wir mal, auch Handlungsempfehlungen geben, technische Empfehlungen, wie man Angriffe abwehren kann, haben wir in der Vergangenheit auch so getan. Und natürlich ist das Ganze wichtig, auch in einem, wenn es bedeutsame Angriffe sind, also sogenannte APT-Angriffe, dann auch in Lageberichte, meinetwegen jährliche Lageberichte, dann einzuarbeiten. Das Ganze hat natürlich jetzt auch nun eine Täterdimension, wer dahinterstehen kann. Und wenn es so ist, dass ich sich um Kriminalität erkannterweise, da gibt es auch Rahmenbedingungen, die das dann, also eine Übermittlung dann, sagen wir mal, dann ermöglichen, genauso beim BRV. Und ich kann nur einen Hinweis geben, nur, sagen wir mal, um eine Vorstellung zu geben, selbst bei den Angriffen auf die Regierungsnetze, es ist also der Anteil, sagen wir mal, der Meldung der hochwertigen Angriffe liegt im einstelligen Bereich. Also er wird sehr sorgfältig mit umgegangen, wird auch, sagen wir mal, im jährlichen Bericht an die Datenschutzbeauftragte besonders erwähnt. Also das ist wichtig, dass wir das deutlich machen. Es liegt hier in dem Kooperationsansatz, das Ganze im Vordergrund, dass die Meldungen umgesetzt werden in Maßnahmen und das ein Rückfluss ist. Und ich sage, auch über die kritischen Infrastrukturbetreiber hinaus, wenn wir feststellen, irgendwelche Schwachstellen, irgendwelche Probleme sind für andere auch betroffen, machen wir die Meldung auch öffentlich. Das ist also im Verfahren so vorgesehen. Deshalb ist das Lagezentrum jetzt schon ausgebaut. Es wird noch weiterentwickelt. Und so was dann auch, weil auch die Betreiber kritischer Infrastruktur dazu verpflichtet sind, auch im 24 Stunden mal 7 Tage Betrieb. Die zweite Sache ist, Herr Neumann, Sie hatten angesprochen, Heartbeat. Heartbeat war in der Tat, sagen wir mal so, wir machen bei uns im Amt auch Open Source, auch wenn es manchmal nicht immer so flott ist und einfach ist, wie wenn man also proprietäre Software kaufen, aber wir haben auch hier im Amt sehr viele, die das durchaus auch Überzeugung machen. Hier ist es in der Tat so, das hat sich herausgestellt, man muss auch Open Source, muss man auch prüfen. Und die Vorstellung, die wir haben, ist also, da treffen wir uns, dass wir, sagen wir mal so, auch wie bei Gnupig, dass wir also mit mehreren hunderttausend Euro auch unterstützt haben, dass es sich entwickelt, dass wir sowas in Deutschland haben, dass wir hier auch im Sinne von einer Art Machteilung nur die Rolle des Prüfens übernehmen, dass wir Prüfvorgänge, wir haben Evaluierungsstellen, dass wir, sagen wir mal, dann Stellen beauftragt, die das prüfen, sodass die Kryptobibliothek, also das Herz auch von Sicherheit, auch weit verbreiteter Produkte, dass das dann auch geprüft wird. Und das wäre dann unser Beitrag, das zu finanzieren, und unter Umständen auch eigene Energien reinstecken. Ich halte es auch für wichtig, dass wir das Instrument der Zertifizierung nutzen, um auch proprietäre Produkte, Softwareprodukte stärker zu prüfen. Wir machen das im großen Umfang, wenn zum Beispiel mit gesetzlichen Vorgaben, also die Gesundheits, die ganze Smart-Karte, die wir hoheitlich einsetzen, auch die Gesundheitskarte von den Krankenkassen, werden von uns geprüft, auch Smart-Mieter werden geprüft, also dass man Sicherheitsvorgaben macht und die Hersteller dann auffordert, gerade wenn die Produkte groß in die Breite gehen, sie zertifizieren zu lassen. Dann der Punkt, sagen wir mal, Mitarbeiter im Straßenstrojaner, also die Unterlagen, es wird ja auch Gegenstand des NSA-Untersuchungsausschusses sein, weil die Unterlagen dort vorliegen. Es ist eindeutig so, dass wenn ein Gesetz vorsieht, dass, sagen wir mal, die Online-Durchsuchung kommt, dass das BSI dann auch beauftragt werden kann, für die Sicherheit zu sorgen, dass die Kryptomechanismen stark sind, dass praktisch die Informationen nicht an falsche Leute geraten, einfach weil die Übertragung beziehungsweise die Speicherung unsicher ist. Nur darauf beschränkt sich das. Das ist mir wichtig, hier festzustellen. Und bei Identitätsdiebstahl, ich habe zugestanden, dass am Anfang das erste Mal bei 18 Millionen das mit den Servern etwas ruckelig war. Wir haben das aber in den Griff gekriegt. Und wir haben beim zweiten Mal im Grunde schon den eleganteren Weg gewählt, dass wir die Provider eingeschaltet haben. Und das Ganze ist jetzt Business as usual. Wir bekommen täglich 20.000, bis zu 20.000 IP-Adressen, die wir an die Provider reinreichen. Und damit Bürger gewarnt werden und auf direktem Weg, auf direkten Wege, sodass in dieser Kunden-, also Provider-Kunden-Beziehung, dann die Kunden direkt adressiert werden. Was mir aber noch besser gefallen würde, ich glaube, das ist eine gemeinsame Anstrengung. Wir hatten an sich gehofft, unseren Empfehlungskatalog, die zehn, elf wichtigsten Maßnahmen für den Bürger, dass sie mehr ins Allgemeinbewusstsein geraten. Ich glaube, das ist etwas, wo insgesamt ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag ist. Was kann für den Bürger mehr gemacht werden? Weil wir können nicht davon ausgehen, dass wir den Bürger perfekt schützen, auch schon gar nicht von Nachrichtendiensten. Aber diese 80-20-Regel mit einem gewissen Aufwand von Maßnahmen, doch einen größtmöglichen Wirkungsgrad und vor allen Dingen auch kriminelle Bedrohung für den Bürger zu reduzieren, ist an sich für uns ein großes Anliegen und das muss sehr pragmatisch angegangen werden. Hat was mit Kooperationsmodellen zu tun, hat auch was mit Sensibilisierung zu tun. Herr Professor Ornoh. Die erste Frage an mich betraf die Ausnahmeklausel für kleine und mittlere Unternehmen. Es gibt in der Tat im Gesetz eine Minimarklausel. Sie bezieht sich nicht aber auf KMU, sondern auf sogenannte Kleinstunternehmen. Und das sind nicht die von Ihnen genannten 250 Mitarbeiter, sondern zehn Mitarbeiter maximal und kumulativ maximal zwei Millionen Jahresumsatz. Es entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, ob es auch unterhalb dieser Schwelle noch Unternehmen gibt, die möglicherweise sinnvollerweise einbezogen werden sollten. Das müssen die technischen Sachverständigen beurteilen. Die wären hiernach nicht möglich. Das müsste man machen. Ich würde allerdings sagen, die rechtliche Frage wäre, ob man die dann unverhältnismäßig belastet. Das heißt, wenn wir die mit reinnehmen, kann es sein, dass es für die zu viele Kosten verursacht. Dann müsste man wegen des insoweit unverhältnismäßigen Eingriffs an Artikel 12 möglicherweise über eine Kostenerstattung nachdenken. Die zweite Frage an mich betrifft die Übermittlungsbefugnisse an das BfV, der 8b von Ihnen genannt. Macht es dem BSI zur Aufgabe, unverzüglich die zuständigen Aufsichtsbehörden und sonstigen Behörden des Bundes zur Erfüllung ihrer Aufgaben und erforderlichen Informationen zu unterrichten? Der Begriff des Unterrichtens ist meiner Meinung nach einigermaßen unspezifisch. Man kann das jetzt so verstehen, dass dort die Meldungen sozusagen zur weiteren Analyse oder zur gleichberechtigten Analyse der Unternehmen weitergereicht werden. Oder man kann sagen, Unterrichtung hat was mit dem Ergebnis zu tun der Analyse. Ersteres ist wohl nicht gemeint, wenn man sich die Stellenzuweisung anguckt. Es ist in der Tat, würde ich sagen, auffällig, dass die Gesetzesbegründung 30 bis 50 Stellenbedarf hier anmeldet für die Zuständigkeit nach diesem genannten Nummer 4. In diesem Nummer 4 befindet sich aber gar keine Zuständigkeit des BfV, sondern eine Aufgabenzuweisung an das BSI, dem BfV zur Erfüllung seiner Aufgaben, diese Informationen zu geben. Was das BfV damit macht, muss das BfV nach den Befugnissen entscheiden, die es heute auch schon hat. Es scheint aber, wenn man sich die Stellenzuweisung anschaut, so zu sein, dass ein substanzieller Teil der Auswertung offensichtlich beim BfV angesiedelt sein soll. Denn je nachdem, wie man die Stellenzuweisung so sieht, also BfV 30 bis 50, BSI 100 bis 200, könnte es am Ende sein, dass etwa 50 Prozent der Stellen, die das BSI bekommt, auch das BfV bekommt. Und das BSI macht ja nur noch viel mehr, als diese Daten auszuwerten. Also sie sollen mit den Herstellern zusammenarbeiten, sie sollen Audits generieren, sie sollen diese Audits überwachen und überprüfen, sie sollen die ganzen Meldungen entgegennehmen und sie sollen auswerten. Wenn man diese ersten Teile abzieht, dann könnte es sein, dass die Auswertekapazitäten am Ende ungefähr gleichermaßen auf das BSI und das BfV verteilt werden. Das kann ich aus einer praktischen Sicht nicht weiter bewerten. Mit Blick auf das, was ich aus rechtlicher Sicht, was die Öffentlichkeitsarbeit, die Transparenz, die Informationen von Dritten angeht, gesagt habe, sehe ich das kritisch. Herr Professor Schiller. Ich wurde zum Thema KMUs gefragt, aber jetzt ist schon so oft dieses Heartbeat etc. gefallen. Stand der Technik und Sicherheitsbewusstsein. Ich möchte ein bisschen widersprechen, Herr Neumann, es gibt einen Stand der Technik. Also wir wissen genau zum Beispiel, wie man mit Passwörtern umgeht. Wenn ich dann kein Passwort mache, ist es sicher nicht Stand der Technik. Auch dieses Thema Heartbeat Open SSL. 1972 hat man bereits die Grundlage für solche Fehler veröffentlicht. 1988 ausgenutzt, 1996 gab es ein Handbuch dazu. Und 2012 programmiert jemand einfach nach gewissen Richtlinien, die eben nicht mehr Stand der Technik sind. Und es ist auch kein Stand der Wissenschaft und keine abgefahrenen Sachen, sondern man hat damit ganz bewusst Schutzmechanismen des Betriebssystems umgangen bei der Programmierung. Also das ist nicht so ganz Stand der Technik. Jetzt warum KMUs? Das passt genau in diesen Kontext rein. Bewusstseinsbildung. Natürlich wäre es schön, wenn KMUs mit dabei wären. Warum? Es gibt blitzekleine, sagen wir mal Mittelständler, die haben aber Top-Produkte auf dem Weltmarkt. Aber weil sie eben nicht die Sicherheitsbewusstsein haben, kopiert jemand, ganz anderer Bereich, kopiert jemand dieses Know-how und stellt die ganzen Sachen für einen Zehntel vom Preis her, importiert sie. Der kleine Mittelständler ist einfach weg vom Markt. Das heißt, man muss ein Bewusstsein schaffen, auch wenn man nicht im ersten Schritt gleich sagt, ihr müsst beispielsweise, das ist ja keine kritische Infrastruktur, ihr müsst da mitmachen, denn das würde in der Tat wahrscheinlich die meisten überfordern. Der zweite Grund, warum KMUs dabei sein sollten, in einem nächsten Schritt ist natürlich, dass die Menge der KMUs zusammen doch durchaus einiges bewirken kann. Man stellt sich immer so ganz oft vor, das sind vielleicht ganz kleine, was weiß ich, Energieversorger, Wasseraufbereitungsanlagen, kleine Stadtnetze hier und da. Ja, ich weiß, das sind alle nicht erfasst, dennoch verwenden die gewisse Steuerungssysteme und da gibt es eben nicht 1.000 verschiedene, sondern sagen wir mal ein Dutzend grob verschiedene. Wenn ich jetzt ein Land Larmwegen legen will, dann gehe ich natürlich ganz gezielt an die ran, die relativ schlecht geschützt sind. Schauen Sie mal, wie gut Wasseraufbereitungsanlagen geschützt sind oder was auch immer, Abwasser etc. Und wenn ich in der Menge einen Angriff mache, bewirke ich doch einiges. Dann sind zwar die Großen geschützt, aber die Kleinen eben nicht. Deswegen, ja, wünschenswert wäre es, das Bewusstsein weiter zu propagieren, aber ich befürchte schon aufgrund der ganzen Diskussion so, wir werden nie vorankommen, wenn wir jetzt sagen, verpflichtend alle rein, weil dann werden wahrscheinlich alle aufschreien. Herr Dr. von Orts. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Entschuldigen Sie meine Verspätung. Ich wollte unter der Überschrift IT-Sicherheitsgesetz auf Dinge eingehen, die ja von den Sachverständigen in den Gutachten auch teilweise beschrieben worden sind, nämlich dass man sich nach Snowden, Regen, der Equation Group, Stuxnet und den Zero der Exploits viele Szenarien vorstellt, die eben über das, was wir hier vorliegen haben, nämlich ein Meldesystem für IT-Angriffe eigentlich hinausgeht. Und deswegen meine erste Frage an die Professoren Rossnagel und Hornung und an Herrn Neumann. Was wären eigentlich nochmal so ganz konkrete Punkte zusätzlich, die in ein solches Gesetz nach ihrer Meinung als essenziale Negoti reingehörten, wenn man hier wirklich von einem IT-Sicherheitsgesetz reden muss, will, dass sozusagen auch die Bürgerinnen und Bürger und ihre IT-Sicherheit mit einbezieht. Die zweite Frage im Hinblick auf sozusagen diese, auch in vielen Stellungnahmen genannten Scheinabsicherungen, die hier teilweise vorgeschrieben werden, die wenig für die Sicherheit tun, aber so eine Alibi-Funktion erfüllen. Was wären tatsächlich harte, notwendige Prüfungsschritte, Evaluationskriterien, um an den Netzknotenpunkten Hard- und Software tatsächlich als sicher beschreiben zu können? Was ist mit Penetrationstests? Und muss man nicht regelmäßig die Chips selbst untersuchen? Vielleicht können Sie da nochmal so zwei, drei konkrete Dinge beschreiben, die vielleicht in diesem Gesetz hier fehlen. An wen war die zweite Frage gerichtet? Das geht alles an die drei eben genannten. Ich habe vier Fragen. Die dritte Frage geht nochmal im Hinblick auf das BSI und da befrage ich den Präsidenten ausdrücklich auch nicht zu, weil er in dem Fall meiner Ansicht nach befangen ist. Wir haben in anderen Sachen da schon gesprochen. Ich sehe ein großes Problem in der Diskussion über IT-Sicherheit und Cyberwar und was sich alles unter diesen Begrifflichkeiten versteht, zwischen Angriff- und Verteidigungsproblematiken. Und deswegen die Frage im Hinblick auf das BSI. Kann es sein, dass diese Behörde dem Innenministerium unterstellt ist und nicht unabhängig ist bei diesen essentiellen, hochproblematischen Entscheidungen und Abwägungen, die da getroffen werden müssen? Ich kann nur aus meinem PUA zur NSA berichten. Deswegen da stellen sich einige Fragen im Hinblick auf das BSI. Und deswegen wirklich die Frage, sind Sie nicht der Meinung, dass diese Behörde für diese sehr, sehr wichtige Aufgabe nicht unabhängig gestellt werden muss, um sich diesen Logiken, die auch Angriffslogiken sind, in Cyber-Auseinandersetzungen, da braucht man nur die Debatte der letzten Wochen hier in Deutschland zu verfolgen, braucht man da nicht nur unabhängige Behörde. Und zu guter Letzt die Frage, das Ganze wird parallel in Europa unter der NIST-Richtlinie verhandelt, kommt wahrscheinlich in ein paar Monaten. Deutschen gehen jetzt hier ihren eigenen Weg. Man hofft dann, dass in Europa diese Dinge, die Richtlinien für die Richtlinie wird, wenn ich das richtig verstehe. Macht das Sinn? Oder wäre es nicht sinnvoll, einfach noch ein paar Wochen zu warten, um dann für das globale Kommunikationsnetzwerk Internet zumindest eine europaweite Regelung zu bekommen und nicht einen deutschen Sonderweg? Vielen Dank. Herr Professor Hornow. Ja, vielen Dank. Zum einen zu den weiteren Punkten, die man sich noch vorstellen könnte. Da ist einiges aus technischer Sicht schon gesagt worden. Ich könnte mir tatsächlich, oder fange andersherum an, ich glaube tatsächlich, dass es eine wesentliche Dimension ist, weil sie den Bürgern in den Mittelpunkt rückt und weil wir es hier nicht nur mit einer Gewährleistungsverantwortung des Staates für kritische Infrastrukturen zu tun haben, sondern auch mit einer Schutzpflicht des Staates für die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger. Ich glaube, dass das eine wesentliche Dimension ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass man alles das, was man sich hier wünschen würde, nun unbedingt in dieses Gesetz noch reinpacken müsste, aber ich glaube, dass es Teil einer Gesamtstrategie sein sollte. Auf die Anreize für Forschung und Entwicklung ist schon eingegangen worden. Ich glaube, wir müssen die Hersteller tatsächlich mit ins Boot holen. Und ich habe, glaube ich, schon erwähnt, dass die Frage der Auditierung eine wäre, wo man ansetzen könnte, und zwar detaillierter, als das hier im Gesetzentwurf der Fall ist, der im Wesentlichen die Audits nur nennt, aber keine Kriterien, keine Zuständigkeiten, keine Rechtsfolgen, keine Vorgaben für die Angriffe, die dort gemacht werden müssen, also Stichwort Penetrationstests und so, vorsieht. Ich glaube, dass man da tatsächlich einiges machen könnte. Anreize kann man auch durch Haftungsregelungen setzen, auch das ist schon genannt worden. Man muss natürlich immer nur aufpassen, dass man da nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Also wenn wir jetzt gerade gehört haben, dass es praktisch unmöglich ist, Software von Anfang an fehlerfrei zu programmieren, dann dürfen wir keine Gefährdungshaftung einführen für fehlerfreie Software, denn dann programmiert niemand mehr Software, da verkauft sie niemand mehr, weil er sich dieses Haftungsrisikos nicht aussetzen will. Ich glaube aber schon, dass Haftung ein Ansatzpunkt ist. Und eine Möglichkeit, glaube ich, wäre das AGB-Recht, nämlich anzusetzen bei der Freizeichnungsmöglichkeit von den Betreibern kritischer Infrastrukturen oder auch bei den Herstellern von Software. Also die Frage, inwieweit können sich die Anbieter durch AGBs freizeichnen von einer solchen Haftung und da möglicherweise anzusetzen, zu sagen, also zumindest mal bestimmte Standards dürfen nicht unterschritten werden. Und wenn die unterschritten werden, dann kann man auch per AGB sich nicht von der Haftung befreien. Und ich glaube, da hätte man einen Ansatz, den Stand der Technik auch AGB festzumachen sozusagen und dann vielleicht hier auch einen zusätzlichen Anreiz zu geben. Letzter Punkt zu diesem weiteren Punkt, die Meldepflichten möglicherweise für weitere Behörden, habe ich schon erwähnt. Es gibt natürlich auch noch sonstige Anbieter von nicht kritischen Infrastrukturen, die möglicherweise einbezogen werden könnten, also Stichwort Industrie, Spionage. Die Frage nach den Kriterien für die Netzwerkknoten würde ich gerne weitergeben an den Neumann, weil das keine rechtliche Frage ist. Zur Rolle des BSI. Ich habe schon auf die Problematik der Sensibilität der Informationen hingewiesen, die die Behörde hier sammeln wird, und zwar gerade aus der Industrie. Und das sind sensible Informationen, die der Wirtschaft wehtun könnten, wenn die weitergegeben werden. Ich glaube, dass man da aufpassen muss in der Zusammenarbeit des BSI mit anderen Behörden. Ich glaube nicht, dass man so weit gehen muss, das BSI so wie die Bundesdatenschutzbeauftragte komplett unabhängig zu stellen. Ich würde allerdings schon noch mal genauer hingucken, inwieweit man mit so Spanish Walls, also der Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Abteilungen in diesem Haus, tatsächlich dann effektiv sein kann. Also wenn es tatsächlich am Ende so ist, dass die eine Abteilung die IT-Sicherheit des sogenannten Bundestrojaners prüft und die andere Abteilung Abwehrmaßnahmen für Endgeräte des Nutzers programmiert, die solche Bundestrojaner vielleicht abwehren sollen, und die beiden Abteilungen gehen hinterher miteinander Kaffee trinken, dann ist das natürlich ein Problem oder kann jedenfalls ein Problem sein. Letzter Punkt zu Europa. Wenn der Zeitplan so aussieht, was sich meiner Kenntnis entzieht, dass wir nur noch einige Wochen auf die Richtlinie warten müssen, würde ich Ihnen natürlich sofort raten, abzuwarten. Ich glaube, dann macht es keinen Sinn, das Gesetz hier zu verabschieden. Das heißt, ich würde das eng verzahnen, was das weitere europäische Gesetzgebungsforum angeht. Ich würde aber auch unterscheiden, also viel von dem, was ich angemahnt habe, also Fugnisse des BSI, Erweiterung auf den Staat, könnte man auch nachträglich machen. Was man natürlich nicht machen sollte, ist jetzt Prozesse vorzugeben für die Unternehmen, die sie dann nachher teuer ändern müssen. Also was nicht sein kann, ist, dass die Industrie jetzt Sachen einführen muss und dann nach Verabschiedung der Richtlinien hinterher wieder ändern muss. Also wenn das droht, dann würde ich sagen, sollte man tatsächlich besser abwarten, was aus Brüssel kommt. Vielen Dank. Herr Neumann. Vielen Dank für die Frage. Vielleicht müssen wir uns nochmal darüber im Klaren werden, was so ein durchschnittliches IT-System eines deutschen großen Unternehmens ist. Das ist nicht irgendein Gerät, was man da hinstellt, einschaltet und Updates macht. Das sind riesige, komplexe Infrastrukturen von einer Komplexität, die so groß ist, dass ich bis jetzt noch keine einzige gesehen habe, in der einfach nur die Firewall vernünftig konfiguriert war. Deswegen steht man da vor einem, als Sicherheitsverantwortlicher, vor einem sehr, sehr großen Problem, dieser ganzen Geschichte irgendwie Herr zu werden. Und die Sache, die sich, oder die Herangehensweise, die sich durchgesetzt hat, gibt es gute Gründe für, wenn man sich einfach mal so eine Unternehmensstruktur auch anschaut, ist natürlich das einfach mit allen möglichen Checklisten zu erschlagen. Es ist nicht so, als gäbe es keine Sicherheitsvorschriften für jeden einzelnen Rechner, der in irgendeinem größeren deutschen Unternehmen steht. Da gibt es seitenweise, da können Sie ein paar Festmeter sich ins Regal stellen an Holz, wo draufsteht, was alles gemacht werden muss zur Sicherheit. Das betrifft nur immer wieder genau den Teil der Sicherheit, den der Angreifer ohnehin schon kennt, der für ihn gegeben ist und um den er eben herumspielt. Auf der einen Seite steht ein Unternehmen mit einer unglaublich komplexen Infrastruktur und ein paar Festmetern Checklisten, wo dann irgendwie überall abgehakt wird, hier haben wir gemacht, hier haben wir gemacht, hier haben wir gemacht. Und auf der anderen Seite steht ein sehr agiler Angreifer, der sich um diese gesamte Bürokratie nicht zu scheren braucht. Der schaut einfach nur, funktioniert das? Nein, funktioniert das? Na, probieren wir es mal so, zack. Das ist einfach ein Ungleichgewicht, so ein David-Goliath-Ungleichgewicht, was man da einfach hat und was auch dazu führt, dass sich das Problem der IT-Sicherheit in der Zukunft wahrscheinlich nicht endgültig lösen lassen wird. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn jemand im Open-Source-Projekt einen Programmierfehler unterläuft, dann ist das nicht Stand der Technik, auch wenn alle dieses Open-Source-Projekt nutzen, wenn es einfach gar keine Alternative dazu gibt und sich, das war übrigens der Punkt, den ich angesprochen hatte, niemand, der keines der Unternehmen, die das genutzt haben, da irgendwie nennenswert rein investiert hat. Und das ist ja genau der Punkt, den ich hier ansprechen wollte. Ein Audit hätte und letztendlich hat ein Audit auch diesen Programmierfehler gefunden. Was hier eine Optimierungsdimension ist, ist eindeutig nur, wie lange hat es gedauert. Und da würde ich eben sagen, genau dieses konkret besser machen, schnell konkret besser machen, auditieren, prüfen, schnellere Zyklen ermöglichen, Sicherheitslücken loswerden, genau das ist IT-Sicherheit. Und darauf müsste so ein Gesetz hinarbeiten, hinwirken, dafür Anreize schaffen. Stattdessen sagen wir jetzt, okay, wir erschlagen dieses Problem der IT-Sicherheit mit noch mehr Bürokratie. Und diese Bürokratie, die kostet. Die kostet Ressourcen, die kostet Zeitaufwand. Die führt auch dazu, dass immer weniger Menschen Lust haben, sich wirklich in einem Unternehmen in der IT-Sicherheit zu engagieren, sondern lieber auf eine Beraterposition gehen oder als Penetration-Tester arbeiten, wo sie wirklich im Graben Sicherheitslücken finden und dafür sorgen, dass diese dann verschwinden, dass sie sich als Forscher engagieren. Und ich denke, wenn wir diesen Bürokratieaufwand hier erhöhen, dann geht das einfach zu Lasten proaktiver Maßnahmen. Das ist ganz klar. Wir können nicht erwarten, dass wir jetzt irgendwie vorschreiben, erhöht die Bürokratie in eurem ganzen Unterfangen, weil ihr ja nicht genug Papier und Checklisten habt und davon ausgehen, dass dann zusätzlich auch noch in Sicherheit investiert wird. Konkrete Punkte, die ich mir wünschen würde, wären ganz einfach. Führen wir eine Haftung bei Fahrlässigkeit ein? Klar, es gibt immer irgendeinen Haftungsausschluss für einen Betreiber einer kritischen Infrastruktur. Wenn er nachweislich nichts dafür kann, dann wird er im Zweifelsfall auch nicht dafür haften müssen. Häufig kann man aber was dafür. Man könnte zum Beispiel sich auch über Fragen der Fahrlässigkeit Gedanken machen in dem Beseitigen von Sicherheitslücken. Ist eine Sicherheitslücke bekannt geworden? Wie lange hat denn der oder derjenige gebraucht, um die komplett aus seinem System rauszuradieren? Da ist ein Kunde zum Opfer gefallen, einer Sicherheitslücke, die irgendwie viele Jahre bekannt ist und die zum Beispiel in irgendeinem BSI-Audit vor zwei Jahren sogar schon mal angemerkt wurde. Da können wir doch mal langsam über Haftung reden. Das ist doch jetzt wirklich nicht zu viel verlangt. Das ist der Punkt, den ich eingangs schon kritisiert hatte. Mich würde eine konkrete Erhöhung der Schutzziele interessieren. Stand der Technik halte ich für nicht ausreichend. Wenn wir sagen, wir wollen nicht so weitermachen wie bisher, wenn wir sagen, wir sind mit der Ist-Situation unzufrieden, obwohl wir so viele Festmeterholz irgendwie in den Regalen stehen haben an Sicherheitskonzepten, dann müssen wir doch umdenken. Dann müssen wir doch sagen, okay, jetzt machen wir konkrete revolutionäre vielleicht sogar Vorgaben und sagen, so, alle Kommunikation, die 2017 noch von irgendeinem E-Mail-Anbieter in Deutschland angeboten wird, ist ernstzunehmend verschlüsselt. Hören wir auf mit diesem Pipifax. Da haben Sie die Möglichkeit, so etwas vorzuschreiben. Sie freuen sich ja immer über Standortvorteile. Das wäre mal einer. Auch diesem Software-Siegel Made in Germany dann wirklich mal auch zu einem Glanz zu verleihen. Da haben wir ja jetzt in den letzten Jahren noch nicht so den Ruf, den wir in anderen Industriebereichen haben. Das heißt, wirklich konkrete Schutzziele in Härtung und Prävention vorgeben und diese auch einfach verbindlich umsetzen lassen. Super Sache. Und dann natürlich, das ist ein Teil, auf dem ich ausreichend jetzt rumgeritten bin, Grundlagen zu schaffen für die gesamte deutsche Wirtschaft durch eben Audits, durch Penetration-Tests, durch Bug-Bounties. Ja, einfach mal Grundlagen, Basisbausteine der IT-Sicherheit wirklich mal in einer vernünftigen Qualität zur Verfügung stellen. Herr Schiller hat jetzt gerade selber gesagt, dass irgendwie die SSL-Lösung, die weltweit irgendwie mit 95 Prozent Verbreitung findet, seinem Anspruch an Stand der Technik nicht genügt. Da müssen wir was dran ändern. Aber das können wir nicht machen durch irgendwelche Bürokratisierung des Problems. Dann gab es noch eine Frage zu Netzwerkswitches und ich muss leider sagen, dass ich die nicht ganz mitbekommen habe. Könnten Sie die nochmal wiederholen? Naja, die Frage ist eben, ob man an bestimmten hochrelevanten Punkten, wo IT-Infrastruktur zusammenläuft und ich sage mal, auch wenn es im privaten Besitz ist, aber eben öffentliche Infrastruktur eigentlich ist, nicht bestimmte Qualitätsstandards prüft richtig. Also auf der Hardware und der Software guckt, ob die und die Standards erfüllt sind und manchmal muss man ja sozusagen mehr machen, als einfach nur drauf gucken, sondern eben auch reingucken. Ja, das Problem gliedert sich in zwei Probleme, in zwei Teilfelder. Es gibt in der Regel einmal die Sicherheit, die ein Produkt, was ich irgendwie kaufe, in der Lage ist, mir zu bieten und dann gibt es noch, wie viel davon ich wieder kaputt konfiguriert habe als Betreiber. Das ist aber zum Beispiel ein Problem, dessen in vielen Bereichen sich das BSI auch annimmt und sagt, okay, wir haben jetzt hier irgendwie in unserem Grundschutz definiert, wenn wir eine Windows-Festplattenverschlüsselung benutzen, dann sollte die bitte folgenden Krypto-Algorithmus nutzen und nicht den, der irgendwie per Default eingestellt ist. Also solche Sachen sind ja durchaus sinnvoll und man kann natürlich auch Anbieter von, gerade von Produkten im Rahmen einer Zertifizierung im Rahmen der Zulassung in kritischen Bereichen natürlich auch zu bestimmten Überprüfungen anhalten. Und es scheint ja, ich gehe einfach nur von der Lage aus, was wir im Lagebericht 2014 sehen, da noch Luft nach oben zu geben. Das heißt, was wir im Moment an Kontrollmöglichkeiten haben, scheint irgendwie nicht zu greifen. Wir haben große Angriffe, erfolgreiche Angriffe in der IT-Sicherheit und irgendwie scheint sich sowas nicht ganz durchzusetzen. Und ich denke, dass sich ein größerer Teil darauf zurückführen lässt, dass über Haftungsfragen da das Problembewusstsein eben nicht gegeben ist. Wenn ich im größeren Unternehmen für die IT-Sicherheit verantwortlich bin, dann habe ich mehr Probleme vor mir, als ich in der Lage bin, mit einem noch so großen Team anzugehen. Und es werden täglich mehr. Man macht den Job wahrscheinlich gut, wenn man die Anzahl der Probleme gleich hält oder gering sinkend, weil sie ja auch jeden Tag neuen Angriffen ausgesetzt sind. Angreifer denken sich auch jeden Tag was Neues aus. Sie sind da nie fertig. Deswegen ist das ja eine feste Position. Aber genau da würde ich eben mir wünschen, dass konkrete Anreize für die Verantwortlichen bestehen, in eine proaktive Richtung dazugehen. Ich hoffe, die Frage damit beantwortet zu haben. Herr Professor Osnagel. Ja, danke für die vier Fragen. Die erste Frage betrifft das Thema, was man sich in einem IT-Sicherheitsgesetz noch alles wünschen würde oder was man da fordern würde. Ich würde gerne mal darauf hinweisen, dass es nicht immer nur darum geht, die Wahrscheinlichkeit von Schäden oder die Wahrscheinlichkeit von Angriffen zu bekämpfen oder zu reduzieren, sondern dass man auch darüber nachdenken muss, ob man das Schadenspotenzial reduzieren kann. Also Abhängigkeiten, die dann sich fortpflanzen in andere Systeme, dass man da versucht, wo es möglich ist, Grenzen einzuziehen, abzuschotten, damit sich Schäden nicht einfach fortpflanzen. Ein zweiter Bereich, der ist schon angesprochen worden, wäre für mich die ganze Haftung. Da haben wir jetzt hier schon mehrfach drüber gesprochen. Hier kann man in den vorhandenen Rahmen bleiben, aber man könnte die eine oder andere Präzisierung vornehmen. Also was sind berechtigte Sicherheitserwartungen von Nutzern? Dass man so etwas mal genauer, was sind Sicherheitspflichten von Dienstleistungsanbietern? Was sind Sicherheitspflichten von Herstellern? Und wenn man das dann, wenn die verletzt sind, wenn die fahrlässig oder vorsätzlich verletzt sind, dann zu Haftungsfragen macht, könnte man da auch eine intrinsische Motivation bei den Adressaten hervorrufen, dass die Geld dadurch sparen, dass sie die Haftung vermeiden. Ein weiterer Punkt, an den ich noch erinnern wollte, wäre die Möglichkeit, dass die öffentliche Hand vorbildhaft vorangeht. Also beispielsweise bei der Vergabe von Aufträgen, wenn es möglich ist, nur zertifizierte Produkte zu nehmen, die schon mal überprüft worden sind. Das könnte bei dem einen oder anderen Hersteller einen Anreiz dafür schaffen, dass man sein eigenes Produkt zertifizieren lässt, um in diesen Markt öffentlicher Nachfrage reinzukommen. Also da gäbe es schon das eine oder andere, was man noch tun könnte. Ich fände es aber nicht klug, diesen Gesetzesansatz, über den wir jetzt reden, diesen Entwurf, davon abhängig zu machen, dass diese Punkte auch noch mit aufgenommen werden, weil das die Diskussion wohl länger hinziehen würde. Man sollte hier meines Erachtens Schritt für Schritt vorangehen. Also jetzt diesen Gesetzentwurf mit den Verbesserungen, über die wir geredet haben, beschließen und dann das Thema nicht zur Seite legen, IT-Sicherheit, sondern das weiterverfolgen und dann die nächsten Schritte angehen. Die zweite Frage war dann, welche Prüfschritte notwendig sind. Da kann ich als Jurist wenig dazu sagen, was das Technische genau angeht. Aber was man aus anderen Bereichen des Technikrechts, des Technik-Sicherheitsrechts übertragen kann, sind so Überlegungen, dass man hier jetzt in diesem Entwurf ein Mindestsicherheitsniveau für kritische Infrastrukturen schafft. Dieses Mindestniveau versucht, eine Einheitlichkeit zu erreichen. wird damit aber nicht jedem Risiko gerecht. Man kann risikogerechter dann noch die eine oder andere Anforderung stellen. Also, dass es vielleicht für dieses Mindestsicherheitsniveau ausreicht, ein Sicherheitskonzept zu entwerfen. Ob das richtig umgesetzt ist, wird dann vielleicht bei risikorelevanten kritischen Infrastrukturen oder Teilen davon genauer untersucht. Man kann schauen, ob zertifizierte Software oder Hardware eingesetzt ist. Man kann aber auch schauen, ob ein Sicherheitsmanagementsystem etabliert ist. Und man kann schauen, ob das auf dem Papier als Konzept gut dasteht oder ob das dann im Betrieb auch tatsächlich realisiert wird. Also, da gibt es dann das eine oder andere, was man noch zusätzlich überprüfen kann. Das wäre für mich alles zugehörig zu dem Bereich Nachweis der Erfüllung der Sicherheitspflichten. Und da kann man nochmal differenziert vorgehen, wie gesagt, nach der Größe des jeweiligen Risikos bei einem Ausfall. Die Frage der Unabhängigkeit der Behörde wäre für mich eine zweitrangige Frage. Die erstrangige Frage wäre die, ob es Interessengegensätze gibt. Weil nur wenn es Interessengegensätze gibt, stellt sich für mich dann die Frage des Mittels, wie ich den Interessengegensatz ausschließe. Und da kann dann die Abhängigkeit oder Unabhängigkeit ein sinnvolles, also die Unabhängigkeit ein sinnvolles Mittel sein, darauf zu reagieren. Und da muss man halt jetzt nochmal genau schauen, wo das BSI möglicherweise in Interessengegensätze reinkommt und dann ein bestimmtes Sicherheitsinteresse nicht so verfolgen kann, wie es eigentlich notwendig ist. Und da muss man schauen, was dafür dann die richtigen Mittel sind. Es könnte eine Verstärkung der Unabhängigkeit oder die Reduzierung der Abhängigkeit sein. Und Herr Hornung hat ja darauf hingewiesen, was für Möglichkeiten es gibt. Eine Möglichkeit wäre dann auch die Unabhängigkeit. Der letzte Punkt betrifft die europäische Richtlinie. Da würde ich gerne auf zwei Punkte hinweisen. Nach Artikel 2 dieser Richtlinie betreibt sie nur eine Mindestharmonisierung und legt ausdrücklich fest, dass die Mitgliedstaaten nicht daran gehindert werden, Bestimmungen zur Gewährleistung eines höheren Sicherheitsniveaus zu erlassen oder aufrechtzuerhalten. Also von daher sind wir nicht davon abhängig, die Richtlinie jetzt eins zu eins umzusetzen, sondern können mitgliedstaatsspezifische Regelungen treffen, die nur dieses Mindestniveau nicht unterschreiten dürfen. Und wo das Mindestniveau unterschritten würde, da haben wir ja darauf hingewiesen, beispielsweise bei der fehlenden Sanktionierung. Wenn wir das Mindestniveau überschreiten würden, wäre das unschädlich. Also das tritt dann nicht außer Kraft oder es besteht dann kein Anwendungsvorrang für das europäische Recht an der Stelle, sondern man kann das dann weiter beibehalten. Die kritischen Infrastrukturen sind in der Richtlinie ja auch nicht präzis beschrieben. Und es steht ausdrücklich drin, dass das nur Beispiele sind, die erwähnt werden, sodass die Mitgliedstaaten auch an der Stelle dann die Möglichkeit haben, genauer zu bestimmen, was für sie kritische Infrastrukturen sind. Das muss ja in Luxemburg nicht das Gleiche sein wie in der Bundesrepublik. Und insofern kann man da ab und zu geben und deswegen würde ich nicht es als notwendig ansehen, dass wir jetzt diesen Gesetzgebungsprozess aufhalten. Wir sollten im Detail schauen, wo wir unterhalb der Mindestharmonisierung liegen. Das müssen wir auf jeden Fall tun. Wenn wir drüber liegen, kann das ja auch ein Standortvorteil sein in der Konkurrenz zwischen den Mitgliedstaaten. Herr Professor, Entschuldigung, Herr Präsident Hange wollte noch eine ergänzende Bemerkung machen. Dann habe ich noch, halt hier Kundschaft, dann habe ich noch zwei Kollegen, die sich melden wollten. Dann muss ich zur Wahrung der deutsch-albanischen Freundschaft, wenn wir gleich noch ein Gespräch haben, mit Blick auf die Uhr bitten, dass alle Beteiligten sich doch das notwendige Maß an Informationen konzentrieren. Also Tempo. Nur eine Sachauskunft, ergänzend zu dem, was Herr Neumann gesagt hat. Der Paragraf 7 befasst sich auch mit der Untersuchung, gerade der Komponenten, die Sie angesprochen haben. Also zentrale Komponenten, die untersucht werden können, wie Router-Switches. Und es besteht die Möglichkeit, sogar die Ergebnisse zu veröffentlichen vor, muss aber der Hersteller dann um Stellungnahme gebeten werden. Vielen Dank. Thomas. Ich glaube, das hilft, Herr Vorsitzender, habe ich so meinen Zweifel. Man hört von Routern und Komponenten, dass da gerne schon mal pro Woche 100.000 neue Zeilen Quellcode dazukommen. Und wer das immer alles evaluieren möchte, das halte ich für eine große Herausforderung. Ich habe wenige Fragen. Ich würde gerne einmal auf das Thema der Endkunden zu sprechen kommen und Herrn Tschersig von der Deutschen Telekom ganz konkret fragen, wie Sie konkret vorgehen, wenn Kunden in Ihrem Netz sozusagen als Virenschleuder oder als Teil eines Bordnetzes unterwegs sind. Und wir waren gerade mit einer Delegation in Korea und Japan. Dort gibt es auch IT-Sicherheitsgesetze. Man hat ein Verfahren, dass die infizierten Rechner sozusagen zwangsumgeleitet werden, mindestens einmal am Tag auf seiner Informationsseite, auch mit Angeboten zur Reinigung. Würden Sie das für einen gangbaren Weg halten, insbesondere auch in der aktuellen Gesetzgebung? Meine zweite Frage geht an Herrn Hange als Präsident des BSI. Wir reden ja immer in diesem ganzen Kontext nicht nur über die Meldepflichten, sondern eben auch über die Hilfestellungen. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Punkt. Und deshalb würde ich Sie gerne einmal fragen, erstens, wie die Reaktionszeiten des BSI geplant sind, denn Sie bekommen ja auch, was ich sehr gut finde, einen erheblichen Stellenzuwachs. Das heißt, wie planen Sie die Reaktionszeit bei eingehenden Meldungen, um andere dann zu informieren? Und zum Zweiten, wie Sie Unternehmen unterstützen werden in Bezug auf persistente Angreifer, eine Thematik, die, glaube ich, gerade bei missionskritischeren Unternehmen der Fall ist, dass also Angreifer nicht nur über einen Weg und eine Kampagne reinkommen, sondern 30 verschiedene Hintertüren im Laufe der Zeit aufgebaut haben. Und wir Geschichten gehört haben, wo man für Monate Unternehmen abklemmen musste, um sie zu reinigen, wie da die Angebote des BSI sein werden und wie weit das Gesetz an dieser Stelle hilft. Und der dritte Punkt, ich würde einfach noch mal Frau Plöger exemplarisch nehmen, weil sie es auch so pronunziert gesagt hat, es gab ja verschiedentlich Kritik, dass diese Formulierung Stand der Technik nicht differenziert genug sei. Auch alle anderen, die sich berufen fühlen, können uns das gerne schriftlich mal zukommen lassen, wie denn der konkrete Alternativvorschlag sein soll. Das ist eine gute Frage. Ja, und das würde ich im Übrigen vielleicht auch Professor Hornung noch mit auf den Weg geben, denn er hat ja dann noch vorgeschlagen, man müsste noch einführen, erhebliche Sicherheitsvorfälle, was jetzt auch wieder ein unbestimmter Rechtsbegriff ist. Wie Sie das eigentlich unterscheiden wollen, die erheblichen Sicherheitsvorfällen von den, wie auch immer geartet, anders skalierten Sicherheitsvorfällen? Ja, vielen Dank, das lag mir auch auf dem Herzen, weil wir versuchen es zu vermeiden, aber wir können in der Gesetzgebung nicht komplett auf unbestimmte Rechtsbegriffe verzichten. Das geht nicht. Und die Formulierung Stand der Technik ist ja nicht neu erfunden worden im IT-Sicherheitsgesetz, sondern ist ja auch ein eingeführter Rechtsbegriff, der ja auch materiell eine Dynamik ausstrahlen soll, weil sich der Stand der Technik ja ändert. Und deswegen dient ja auch die Sachverständigenanhörung dazu, Optimierungen herzustellen. Also wenn Sachverständiger sagt, ich würde das aber anders formulieren, würde man auch uns damit helfen, wenn es denn eine bessere Formulierung gibt, die das eher konkretisiert, was dem Gesetzgebungsziel dienen kann. Herr Professor Hornung. Vielleicht ganz kurz direkt und knapp dazu. Stand der Technik ist ein unbestimmter Rechtsbegriff und ich glaube, wir kommen ohne unbestimmte Rechtsbegriffe hier nicht aus. Meine Kritik bezog sich mehr darauf, dass dieser Stand der Technik nicht einzuhalten ist, sondern nur zu berücksichtigen ist. Und ich glaube, dann haben wir ein doppeltes Maß an Rechtsunsicherheit für die Unternehmen, was, glaube ich, keine gute Idee ist. Was wir brauchen, ist jemand, der entscheidet, was Stand der Technik ist. Und das muss nicht der Gesetzgeber sein, sondern das muss im Verordnungswege und nachrangig passieren. Aber das ist eine dynamische Geschichte und auch diese Dynamik fehlt mir in dem Gesetzentwurf, also die Pflege und Weiterentwicklung dieser Standards, die, glaube ich, essentiell ist, aus meiner Sicht. Frau Plöger, Sie waren auch angesprochen. Vielen Dank für die Frage. Natürlich kann ich die Definition nicht irgendwo aus dem Handgelenk schütteln, aber ich freue mich, dass ich auf den Begriff Stand der Technik widerstoße, weil ich viele Jahre die Gelegenheit hatte, mich mit dem Patentrecht auseinanderzusetzen und in diesem Zusammenhang auch mit der Debatte um computermeditierte Erfindung. Und da geht es ja auch um den Stand der Technik. Und wenn ich da jetzt einfach mal den Transfer wage, würde ich auch sagen, es hat sich die Industrie in dem Bereich eigentlich immer sehr zurückhaltend geäußert, das in einem Gesetz zu definieren, einfach weil der Stand der Technik sich sozusagen täglich ändert. Wir haben da heute ja auch sehr viele gute Beispiele dazu gehört, dass es sehr, sehr schwierig ist. Auch die Frage, pendle ich mich dann auf einem Mindestniveau ein oder auf einem sehr hohen Niveau und wie viele Unternehmen aus der Branche können das dann jeweils überhaupt erreichen? Also ich nehme das gerne noch mal als Anregung mit. Wenn wir da eine Möglichkeit sehen, das zu definieren, dann werde ich das gerne noch mal schriftlich hinterlegen. Danke. Herr Cersig, Sie waren auch gefragt. Dann auch Herr Hange. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Zornbeck. Die Thematik, und ich glaube, das kommt mir ein bisschen zu kurz, auch in der bisherigen Debatte, ist ja, dass heute Endkunden massenhaft Opfer von Angriffen werden, zumeist, weil sie schlecht gesicherte IT-Systeme haben, gilt übrigens auch für viele, viele Unternehmen. Und da sind es oftmals eben lange bekannte Angriffsmethoden. Also das sind viele, viele Endkunden, die haben, ich sage mal, seit zehn Jahren kein Software-Update gemacht. Das ist so ein Never-Touch-A-Running-System. Und das führt eben dazu, dass man dann Opfer wird. Und ich glaube, insofern ist auch das Thema Meldepflicht noch mal in genau diesem Kontext zu sehen und hat auch positive Aspekte. Sie hatten gefragt, wie machen wir das konkret bei der Deutschen Telekom? Heute ist es so, dass wir monatlich circa 100.000, das pendelt mal, sind es ein paar mehr, mal ein paar weniger, 100.000 Endkunden anschreiben, vom sogenannten Abuse-Team. Das heißt, bei uns gehen Hinweise ein von anderen Betreibern, die sagen, wir werden von folgender IP-Adresse bei euch angegriffen. Bitte stellt das ab. Wir sind dann in der Lage, wenn wir eben IP-Adressen speichern, wir tun das heute für sieben Tage, für eine Maximalfrist von sieben Tagen zu identifizieren. Hinter dieser IP-Adresse verbirgt sich der folgende Kunde und können den Kunden dann anschreiben, zumeist auf dem elektronischen Weg, mitunter aber auch eben, wenn wir wiederholt von Kunden keine Reaktion haben, machen wir das dann auch wirklich per Briefpost, dass der Kunde informiert wird. Was wir dabei feststellen, eben bei dieser großen Anzahl, dass das schon enorm positiven Effekt hat, weil sehr, sehr viele Kunden reagieren, rufen natürlich auch bei uns an den Hotline-Nummern an und fragen nach, was kann ich denn jetzt konkret tun? Also die Kunden nehmen das schon sehr ernst. Also das ist schon ein sehr, sehr wirkungsvolles Instrumentarium. Das Problem dabei ist nur heute, wir dürfen solche Informationen ja nicht durch eigene Auswertung erlangen, quasi Sensorik im Netz aufbauen, die dann eben dazu führen würden, wir sehen, da versendet einer Spam und deswegen dürfen wir ihn in einen sogenannten Wallet-Garden, das ist das, was Sie beschrieben hatten, in Taiwan war es, glaube ich, dass man eben den Kunden dann auf seine Zwangsseite bringt und sagt, du bist hier Virenversorgung, Folgendes kannst du tun und klicke bitte hier, wenn du dann weiter ins Internet reingehen möchtest. Das dürfen wir heute schlicht und ergreifend nicht machen, sind eben darauf angewiesen, dass wir Meldungen von Dritten bekommen und die dann weitergeben können. Ja, und das Gesetz will ja genau hier in diese Richtung auch gehen, dass Sie sagen, wir dürfen solche Daten dafür nutzen, um Kunden informieren zu können. Ich halte das für einen sachdienlichen und richtigen Weg. Ich möchte aber auch unterstreichen, das, was der Herr Neumann gesagt hat, ist natürlich von entscheidender Bedeutung, dass wir am Ende keine Datenfriedhöfe produzieren, sondern dass wir uns auf das sinnvolle und notwendige Maß an Informationen, die wir dafür speichern und verarbeiten, beschränken. Vielen Dank. Danke. Das waren zwei Fragen. Erstmal, wie geht das BSI mit Meldungen um? Und ich würde das auch erweitern mit Sicherheitsvorfällen, also schon durch unseren jetzigen gesetzlichen Aufgabenschutz der Regierungsnetze und der Bundesbehörden haben wir Prozesse etabliert. Das heißt also, wie die Dinge laufen. Und ich halte es für ganz wichtig, wenn wir jetzt über die Verordnungen reden, dass wir mit den Branchen einzeln auch diese Prozesse so transparent machen, dass jeder weiß, wo er dran ist. Natürlich abhängig von Vorfällen muss man sagen, ein Stuxnetzfall hat länger gedauert als ein einfacher Angriff. Das kann man nicht zeitlich genau definieren, aber das sind Prozesse transparent. Der zweite Punkt, Unterstützung kritischer Infrastrukturen. Es gibt unter Paragraph 3 einen neuen Absatz, der heißt, das Bundesamt kann Betreiber kritischer Infrastrukturen auf deren Ersuchen bei der Sicherung ihrer Informationstechnik beraten, unterstützen oder auf qualifizierte Sicherheitsdienstleister verweilen. Also es gibt diese Möglichkeit, dass wir auch nicht unter Subsidiarität jetzt dagegen handeln, sondern, und was ich für ganz wichtig halte, dass wir auch IT-Sicherheitsdienstleister in Deutschland auch zertifizieren, sodass wir, sagen wir mal, dass Wirtschaft auch Wirtschaft helfen kann. Aber für eine Ersthilfe steht das BSI, macht es zurzeit schon immer zur Verfügung. So, vielen Dank. Herr Kollege Haag-Werdi, Sie können jetzt als Letzter der Kollegen der Veranstaltung noch einen materiellen und rhetorischen Glanz verleihen durch Ihre Frage. Danke, Herr Vorsitzender, das versuche ich gar nicht. Ich habe eine Frage an Professor Rossnagel zu Paragraph 100. Herr Neumann hat ja gesagt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass er den Paragraphen eigentlich gar nicht, also Absatz 1, brauchen Sie gar nicht. Den fanden Sie nicht erforderlich, so haben Sie eben wörtlich gesagt. Haben Sie noch mal eine Formulierungshilfe für mich, wie man diesen Teil des Gesetzes verfassungskonform und europarechtskonform formulieren müsste? Ja, sofort, direkt dazu. Oder hatten Sie noch eine zweite Frage? Also keine ausformulierte Gesetzesbeschreibung. Was gemacht werden müsste, damit der Paragraph 100 verfassungskonform ist, ist zum Ersten, dass man... Wäre vielleicht schön, wenn man das Gesetz noch erwähnen könnte. TKG, oder? Jawohl, 100 Telekommunikationsgesetz. Also man müsste den zulässigen Anlass, zu dem diese Daten gespeichert werden dürfen, den müsste man genau beschreiben. Wir hatten das vorhin schon ganz kurz angesprochen, dass man hier stufenweise vorgehen könnte. Also im ersten Schritt den Verkehr beobachten auf Anomalien, ohne dass man personenbezogene Daten erfasst. Und dann kann man dadurch den Anlass generieren, wenn es dann Anomalien gibt in dem beobachteten Verkehr, dann kann man die sich näher anschauen. Und die könnte man im ersten Schritt auch so sich anschauen, dass sie noch anonym oder pseudonym sind. Und dann, wenn man entdeckt, dass hier jetzt jemand einen Angriff durchführt, dann protokolliert man natürlich das ganze Verfahren oder die ganze Umgebung, die dafür notwendig ist. Da bin ich jetzt zu wenig technisch informiert, was man da genau tun muss. Auf jeden Fall wäre es aber notwendig, hier stufenweise vorzugehen. Und im ersten Schritt keine flächendeckende und anlasslose Speicherung von personenbezogenen Daten vornehmen. Also es ist sinnvoll in meinen Augen, und das würde sowohl der EuGH als auch das Bundesverfassungsgericht akzeptieren, dass man hier Maßnahmen durchführt, die notwendig sind, um sich gegen Angriffe zu wehren und die rechtzeitig zu entdecken. Der EuGH verlangt aber, dass man das Vorgehen bezogen auf die Speicherung oder Verarbeitung personenbezogener Daten auf das absolut Notwendige begrenzt. Und das kann man nur dadurch erreichen, dass man schrittweise vorgeht. Aber das wäre eine Möglichkeit, wie man das Ganze verfassungskonform machen muss. Dann haben wir gelernt aus der Vorratsdatenspeicherungsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass es bestimmte Berufe gibt, die darauf angewiesen sind, dass sie besondere Geheimnisse waren. Ärzte, Patientengeheimnis, Rechtsanwälte, Mandantengeheimnis und so weiter. Und dass die dann von sowas vielleicht auszunehmen sind. Also müsste man sich überlegen, ob man sowas wie eine Whitelist anlegt und dann bestimmte Anschlüsse davon ausnimmt, dass deren Daten überwacht werden. Und so kann man sich die Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat, detailliert betrachten und den Paragraf 100 TKG entsprechend modernisieren. Der würde dann vermutlich ein klein wenig länger werden, als er bisher ist. Aber man hätte mehr Kriterien zum Schutz der betroffenen Bürger als jetzt nur das einzige Wort erforderlich, das bisher die Grundrechte der Betroffenen schützt. Darf ich eine Nachfrage, Herr Vorsitzender? Ja, klar. Whitelist. Jetzt ist ja die gute Runde hier dabei. Ist das technisch möglich? Also ich kann jetzt gerne am Ende eine Frage stellen, die geht nochmal an alle, aber berufsbezogene Ausnahmen, ich weiß zufällig, dass es wahrscheinlich 140.000 oder 150.000 Anwälte in Deutschland gibt, wie viele Ärzte, Journalisten usw. Also ist das technisch möglich, eine Whitelist zu haben, sodass man sozusagen auf jeder Stufe der anlasslosen oder anlassbezogenen Spalten sozusagen ausnehmen kann? Bisher habe ich das in der Debatte noch nicht gehört, mir fehlt das mathematische Verständnis dafür, deswegen die Frage, geht das? Kann man so eine Positivliste technisch umsetzen? Herr Czersig. Also technisch möglich ist sicherlich so gut wie alles, aber ob das noch realistisch umsetzbar ist in so einem Kontext, das darf man durchaus in Frage stellen, weil eben genau der Vielzahl von den Betroffenen, wir arbeiten heute mit dynamischen Zuordnungen von IP-Adressen, das heißt, Sie würden damit eine derart komplexe Maschinerie bauen. Ich glaube, das wäre nicht mehr angemessen, das Ganze überhaupt umsetzbar. Frau Plöger, meine Herren, ich darf mich herzlich bedanken, dass Sie heute Nachmittag zu uns gekommen sind, auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern für ihre Geduld und schönen Abend noch und gute Woche. Vielen Dank.